Wrestlemania 32 ist vorbei, die größte Wrestlemania aller Zeiten. Was für eine Atmosphäre, was für ein skurriler und verrückter Pay-Per-View. Über 100.000 Zuschauer im AT&T Stadium. Die Stage war super und diese ganze Atmosphäre war Wrestlemania würdig. Wir werden den gesamten Pay-Per-View auseinanderlegen, besprechen. Wir sind live auf Twitch und ich denke, ihr hört es, dass wir noch ziemlich durch sind. Das komplette Review-Team ist dabei. Einmal haben wir dabei den Benjamin. Grüß euch. Der Carsten. Guten Morgen. Und dann zu guter Letzt, last but not least, Alex. Hey, Leute. Wir klingen alle ein bisschen müde. Ich denke, das könnt ihr uns verzeihen. Aber gut. Es war ja eine sehr lange Wrestlemania. WWE hat fast eine Stunde überzogen. Und ich würde sagen, wir haben so unglaublich viel zu besprechen, dass wir einfach gleich rein starten. Und wir fangen an mit dem United States Champion Titel Match. Wir werden unser Grundfazit und unsere Grundstimmung im Laufe der Review ausdrücken. Wir starten einfach durch. Kalisto gegen Ryback. Das erste Match, vielleicht kann man noch kurz zur Kick-Off-Show sagen, wo das Match auch stattfand, dass Rene Young, Bukati und Lita diese moderierten. Es gab eine Q&A-Session mit Heyman, aber das war es dann auch schon wieder. Ryback gegen Kalisto. Kalisto hatte so ein Drachen-Outfit am Start gehabt. Gold-Violette-Ringkleidung. Die Halle war dann noch halb leer. Und es war eben diese zu erwartende David gegen Goliath Match-Story. Starling Suplex in den Crossbody gekontert. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das Turnbuckle wurde mit Absicht involviert. Das war natürlich keine Botch oder sowas. Salida del Sol out of nowhere und Kalisto verteidigt knapp seinen Titel. Ich habe mich für ihn gefreut. Fand ich sehr, sehr geil. Ein unerwartetes Finish, kann man sagen. Ich habe auch nicht erwartet, dass Kalisto seinen Titel verteidigt. Von daher hat mir gefallen. Das Match war solide. Und das erstmal zum United States Champion Titel Match. Okay. Sorry. Nee, kannst du ruhig machen. Soll ich machen? Okay. Ja, ich fand das Match auch okay. Ich fand es halt krass, dass die es so extrem früh gebracht haben. Also, keine Ahnung, irgendwie um unsere Zeit halb zwölf oder kurz vor zwölf. Das Stadion war ja nicht nur halb leer. Das war ja, keine Ahnung, da waren vielleicht 10.000, 20.000 Leute so gefühlt. Also, ich fand es schon krass wenig dafür, dass wir hier einen Midcard-Titel haben. Hat mich natürlich auch für Kalisto gefreut. Der ist der bessere Wrestler meiner Meinung nach als Ryback. Aber das Match hat mich jetzt nicht gerade vom Hauker gehauen. Aber es war ja auch nur Kick-Off-Show. Ja, also, der Zeitpunkt war auch irgendwie ein bisschen ungünstig gewählt, weil die Halle waren auch wirklich halb leer. Weil es ja anscheinend auch Probleme gab, die Haufen Zuschauer wirklich reinzulassen rechtzeitig. Und deswegen gab es auch jetzt nicht so viel Resonanz von der Crowd. Ich fand das Match, ja, eher langweilig. Und es war für mich nicht mal das beste Kick-Off-Show-Match, muss ich jetzt gleich mal offen und ehrlich gestehen. Und ja, das Einzige, was gut war, ist, dass Kalisto den Titel verteidigt hat. Und mehr ist dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, sehe ich ähnlich, also, wie zu erwarten war. Oder was ich ja auch vorher getippt hatte. Dachte ehrlich gesagt auch am Ende. Das war erst ein Botch. Hat sich dann natürlich nachher schnell aufgeklärt. Und ja, nichts Besonderes. Ryback hatte das erwartete No-Selling-Problem auch hier wieder. Und ja, hat mich dann doch gefreut, dass Kalisto immerhin das Ding gewonnen hat. Zum Schluss ist leider nichts mehr passiert mit Ryback. Dass er dann doch noch, ich sag mal, Heel turnt. Wobei er trotzdem schon recht viel, in Anführungsstrichen, Heat gezogen hat. Dafür, dass die Halle echt fast komplett leer war. So kann man es, denke ich, ausdrücken. Wir haben übrigens gerade 250 Zuschauer live auf Twitch. Ich grüße euch alle. Was für eine skurrile WrestleMania kann man dazu sagen. Wir gehen gleich weiter zum nächsten Match. Und zwar ebenfalls in der Kick-Off-Show. Das 10 Divas Tag Team-Match, das können wir auch ganz kurz abhaken. Team Bad & Blonde gegen Team Total Divas. Alle hatten so ein spezielles Outfit an, die Bitschen ein bisschen rum. War einfach schrecklich. Lana hatte auch hier ihr In-Ring-Debüt. Die kann auch nicht viel. Mein Kumpel, mit dem ich das geschaut habe, ich habe ja mit zwei Kollegen geschaut, war ganz lustig. Deswegen hat sich auch die Live-Review hier noch ein bisschen verspätet. Und der hat so gefragt, was ist das denn für ein Typ da? Ach, das ist Tamina, ja. Fand ich sehr, sehr amüsant. Team Total Divas hat das Ganze gewonnen durch Brie Bella. Und Niki kam dann noch raus, hat mit ihr gefeiert. Wahrscheinlich das letzte Brie-Bella-Match. Aber das war einfach schrecklich. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir Essen warm gemacht. Ja, als wenn mich das juckt. Ich habe nur gesehen, wie der Yes-Log kam am Ende. Ja, und da kommen wir zur ersten Überraschung. Das war für mich das beste Match in der Brie-Show. Ich fühlte mich eigentlich entertained. Das Finish-Exequenz mit dem Yes-Log fand ich eigentlich ganz nice. Ein paar Dieben waren durchaus auch over beim Publikum, was das Match durchaus okay machte. Ich will letztendlich hier von einem guten Match reden, um Gottes Willen. Aber ich fühlte mich mehr unterhalten als beim US-Titon-Match und beim Deck-Di-Match. Also das ist jetzt mal meine Meinung. Und deswegen war für mich das sogar noch hier am Besten in der Brie-Show, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, also mich hat das Match auch schon so ein bisschen überrascht, muss ich auch zugeben. Das Outfit von Lana war für mich das Highlight auf jeden Fall. Oh, yes. Das war nice. Deswegen, also das war schon mal schön anzusehen. Ansonsten gab es halt nicht den Heal-Turn, den wir erwartet hatten von Eva Marie. Sie hat sich zwar, oder hat Paige zwar nicht eingewechselt, aber naja, mehr war es eben auch nicht. Ansonsten war ich wieder mal, ja, was heißt positiv überrascht. Beziehungsweise auch das habe ich erwartet, dass Emma, ja, recht stark geworkt hat und auch relativ viel im Ring war. Ja, zum Schluss dann durfte Brie, ja, auch das fast wie zu erwarten war, dann nochmal gewinnen in ihrem letzten Match. Dafür fand ich es halt ein bisschen unter ihrem Wert verkauft am Ende. Ja, also hat mich nicht groß beeindruckt, das Match. Ich fand es das schwächste, der Kick-Off-Show-Match, muss ich sagen. Der Kick-Off-Show. Aber gut, hier auch wieder die verschiedenen Meinungen, die aufeinandertreffen, würde ich sagen. Genau, dann gab es hier das Beste der Kick-Off-Show, fand ich. Das war kein Match, sondern ein Segment. Und Lita stand im Ring, hält eine Promo über Frauenwrestling und präsentiert den neuen Women's-Titel, der dann auch später im Match eingeführt wurde. Da reden wir, denke ich, gleich drüber. Ich fand der Titel sah super aus, aber gehen wir erstmal noch zum nächsten Match. Zum Women's-Titel kommen wir dann beim Divas-Match. Und zwar die Usos gegen die Dudley Boys, das letzte Kick-Off-Show-Match, das war auch ziemlich Standard. Der Super-Kick führt zum Sieg der Usos. Nach dem Match gibt es noch den Double-Usos-Splash durch die Tische. War auch hier wieder nichts Besonderes. Also die Kick-Off-Show kann man sich, finde ich, einfach sparen im Nachhinein. Ja, ich fand's am Ende halt richtig krass, wie die Usos ausgebohrt wurden und wie krass die Dudleys, die ja eigentlich als Heels reingegangen sind, over waren. Also bei der Crowd, die da war, da war das Stadion ja relativ gefüllt am Ende der Kick-Off-Show. Und als die Tische von den Dudleys rausgeholt wurden, wurde halt übelst gejubelt. Und als die Usos dann gekontert haben, wurden sie halt ausgebohrt. Und ich dachte auch, shit, das ist einfach der Roman Reigns-Effekt, das liegt einfach in der Family. Keine Ahnung, das Match, das ging ja noch nicht mal sechs Minuten. Ich fand's halt übelst der Standard-Shit. Keine Ahnung, es ist halt nur Kick-Off-Show, aber ob sowas zu WrestleMania gehört, ich weiß nicht. Kick-Off sollte man da nicht mitzählen. Sollten auch an dem Abend nicht der einzigen Samoana-Saison ausgebohrt werden. Ja, das Match war das schlechteste für mich sogar. Also mich hat's nicht die Bohne interessiert. Das Beste in der Pre-Show war tatsächlich der Women's Championship-Belte, also die Vorstellung von Lita. Das war für mich so das Halle dann an der Kick-Off-Show. Ja, also bei dem Match sehe ich das auch ähnlich. Das war bei mir das Match, wo ich mir was zu trinken geholt hab und eben auch nicht viel verpasst habe. Zum Schluss dann kommen doch halt wieder mal die Tische, wie immer bei den Dudleys halt. Ja, fand dann auch noch recht lustig, dass es dann doch ein bisschen Heat für die Usos mal wieder gab, wo die dann eben ihren Splash gezeigt haben. Gab's ja dann doch wieder ein paar Pops. Also man merkt da auch so, den Leuten ist das auch relativ latte. Hauptsache die Tische gehen am Ende kaputt. Und so war's ja dann auch. Genau, so kann man das sagen. Das war's von uns zur Kick-Off-Show und wir gehen endlich zur Main-Show. Die wurde gestartet mit Fifth Harmony, die hier America the Beautiful performen. Ich muss sagen, ich find das immer ganz cool. Ich bin zwar kein Amerikaner, aber ich finde trotzdem, dass das irgendwie das WrestleMania-Feeling unterstützt und da auch irgendwie mit dazugehört. Von daher, ich hatte kein Problem damit. Und dann auch das Promo-Video, was nochmal die Atmosphäre aufgebaut hat. Also das fand ich sehr, sehr stark. Und war einfach so was Atmosphärisches am Rande, was halt einfach sehr, sehr cool war, fand ich. Ja, das hört mich eigentlich auch nicht so krass. Lass uns doch endlich zum Wrestling kommen. Ja, es war halt gut vorgetragen. Also sie nehmen sich zumindest nie Nieten raus, die die Hymne halt singen. Aber es ist jetzt nicht sowas, was mich auch jetzt hier vom Hocker heißt. Ja, gehört halt dazu, zu jeder Mania. Am Anfang halt die Hymne und nothing special. Genau. Also ich merke schon, eure Stimmung ist sehr geknickt. Das werden wir dann auf den Main-Event zurückführen. Nicht nur am Main-Event, da gibt es verschiedene Gründe. Oh shit, das werden wir im Laufe dieses Podcasts auf jeden Fall besprechen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt auf eure Meinungen. Gehen wir aber erstmal zum Opener. Und ich denke, da sind wir uns ziemlich einig, dass das ein starkes Match war. Dorfzegler, Zack Ryder, Sami Zayn, Stardust, The Miz und Sin Cara standen hier drinnen. Sin Cara hatte ein spezielles Outfit und natürlich der Champion Kevin Owens. War super actionreich, geniale Aktionen, Outside Dives und so weiter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen als Opener von WrestleMania. Es gab geniale Aktionen. Sami Zayn springt zum Beispiel durch die Leiter, zeigt dann noch seinen Torpedo DDT, was ich sehr, sehr krass fand. Owens zeigt einen Frog-Spash auf Zayn, der auf einer Leiter lag. Der Elbow-Drop von Ryder von der Leiter und so weiter. Viele, viele kranke Spots. Zayn und Owens waren dann am Ende ziemlich miteinander beschäftigt, waren im Fokus, was ich auch sehr, sehr gut fand. Es kam der Exploder-Suplex auf die Leiter. Zack Ryder ist dann oben, stößt The Miz runter und gewinnt so unglaublich überraschend diesen Titel. Und ich muss sagen, ich finde jetzt Zack Ryder nicht schlecht oder so, aber ich hätte jeden in diesem Match lieber gesehen als Zack Ryder. Trotzdem muss ich sagen, ich finde es nicht schlimm, dass Zack Ryder den Titel gewonnen hat. Also, es ist sicherlich nicht die beste Lösung gewesen, aber dass hier ein Zack Ryder gewinnt, zeigt vielleicht auch, dass er, dass die WWE trotzdem wertschätzt, dass er so treu, loyal und gut arbeitet die letzten Jahre. Und das fand ich vielleicht so ein bisschen Wertschätzung. Dazu ist natürlich dieser Titel nicht da, um jemandem Wertschätzung zu geben, das ist ganz klar. Aber ich fand es jetzt nicht unbedingt schlimm. Ich denke, es wird jetzt eine Zack Ryder gegen The Miz-Fede kommen. Die beiden werden ein bisschen gepusht werden. Und Owens gegen Zayn geht in die Einzelfede ohne Titel. Das Match bekommt von mir vier Sterne. Tatsächlich hat mir sehr, sehr gut gefallen. War ein starker Opener, so wie ich es mag. Einfach als Lucha Libre und Lucha Underground Fan mit diesem Spot-Dressing und so weiter. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ryder bekommt auf jeden Fall das, was er verdient. Ob man den jetzt als Sieger feiert oder nicht, da bin ich mir selbst noch nicht so ganz klar drüber. Aber warum denn nicht? Vier Sterne von mir für den Opener. Ich fand das Match auch ziemlich gut, dass Ryder gewonnen hat. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Aber erst mal muss ich sagen, mir gefiel es auf jeden Fall, wie Zayn im Match nach und nach immer mehr Overkam. Weil am Anfang bei seinem Entrance war es noch nicht so krass. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr von der WrestleMania-Crowd erwartet bei Zayn. Aber nach den Aktionen, die du schon erwähnt hast, die er da gezeigt hat, wurde es ja immer mehr und immer mehr. Und immer als Owens und Zayn gegenüberstanden, war es einfach schon so ein episches Feeling, fand ich einfach. Als sie dann auf sich losgeprügelt haben, als sie sich einfach nur angeschaut haben. Es hat so viel rübergebracht. Und keine Ahnung, ich hatte schon zwischendurch fest damit gerechnet, als die beide oben auf der Leiter waren, dass sowas ähnliches wie letztes Jahr bei Rollins Ambrose oder sowas kommt. Irgend so was, so ein Special Finish. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass der Titel zwischen Owens oder Zayn, oder zu Owens oder Zayn gehen wird. Und keine Ahnung, Ryder hat mich so krass überrascht. Ich weiß nicht, ich kam gar nicht darauf klar. Ich verstehe das nur alles nicht, was sowas soll. Ich habe jetzt auch nichts gegen Ryder. Ich finde auch, der hat in letzter Zeit weniger bekommen, als er verdient hat. Ich meine, der ist kein super Wrestler, aber in der unteren Midcard oder der Midcard kannst du ihn eigentlich bringen. Und im Endeffekt wurde er ein, zwei Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, verjobbt. Und ist jetzt nach NXT gekommen, vor ein paar Monaten. Und ich weiß nicht, den einfach sofort wieder hochzubringen und sofort den Titel zu geben, hätte vielleicht nicht sein müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ohne Titel Owens gegen Zayn die Fäde so gut kommen wird. Ich weiß nicht, ob die Mainstream-Crowd dafür bereit ist, Owens gegen Zayn ohne Titel zu sehen. Ich bin mir nicht sicher. Aber an sich fand ich das Match auf jeden Fall gut, weil ich hatte krasse Spots und auf sowas stehe ich ja auch. Ich würde auch vielleicht sagen, ja, eher drei, drei Viertel, aber vielleicht vier Sterne. Ja, also muss ich mich auch anschließen. Also von mir gibt es auch vier Sterne. Opener war wirklich stark, war für mich zweitbestes Match des Abends. Und ja, ich glaube schon, dass eine Fäde ohne Titel funktionieren würde, weil ja Zayn hat es ja bei der Fäde gegen Owens nie auf den IC-Title abgesehen, sondern es ging mir einfach nur um die Revanche, um Revenge, um die Rache, dass er ihn verletzt hat. Deswegen muss der Titel zwangsweise gar nicht im Fokus stehen. Und ich finde schon, Alex, dass Zayn sehr, sehr viel Pops gezogen hat. Ich meine, sein Theme wurde total mitgesungen und er bekam mit Owens die stärksten Pops beim Entrance. Und deswegen fand ich schon, dass der von Anfang an auch ziemlich over war. Und dass natürlich Ryder das Ding gewinnt, damit hätte keiner rechnen können. Ich habe in der Preview noch scherzhaft gesagt, ja, Ryder gewinnt das Ding. Deswegen, ja, hätte ich bloß mein Geld drauf verwettet. Das wäre natürlich nicht so schlecht gewesen dann. Ich vergönne es ihm. Ich finde, dass er durchaus in der Midcard, dass er es verdient hat, da mal ein bisschen mitzuwresteln. Übrigens, der Kurs stand 50. 50-0, glaube ich. Also du hättest aus einem Euro 50 Euro machen können, wenn du auf Zack Ryder gesetzt hättest. Das war so die Wettchance, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall krass. Benjamin, hättest du doch mal gewettet. Wenn ich einen Hunderter gewettet hätte, dann wäre ich sofort hier Urlaub geflogen. Schön wäre es gewesen. Aber nee, ich komme mit Ryder als Gewinner eigentlich klar. War wie gesagt ein kompletter Überraschungssieg. Wie viele überraschende Siege, wie ich finde, an diesem Abend. Aber im Gegensatz zu vielen anderen war das hier eigentlich ein Positiver, wie ich finde. Ja, ich weiß es auch noch nicht so hundertprozentig. Also ich war auch erst mal so ein bisschen geschockt dann bei dem Finish, nachdem dann Owens raus war, ja definitiv. Und ja, ich sehe das halt ähnlich. Also wenn es jetzt sinnvoll weitergeht mit ihm, dann gönne ich es ihm auch. Wenn er jetzt gepusht wird damit und nicht halt wieder nur so ein Lückenfüller halt ist. Ich denke auch, dass die Fede Owens gegen Zayn funktioniert ohne Titel. Also den bräuchten die meiner Meinung nicht unbedingt. Das sah man halt auch in diesem Match. Und die hatten ja auch recht viel Anteil an diesem Match halt. Und ja, das war halt so die Main Story überhaupt in diesem Match natürlich. Deswegen finde ich, wird das Ganze auch ohne Titel klappen und auch definitiv weitergehen. Das hat sich ja alles so angedeutet. War auch ein starkes Match. Bin da auch absolut bei vier Sternen. Und ja, weil dieses erwartete Spot-Wrestling, was wir da bekommen haben, nicht zu vergessen den Frog-Splash von Owens vom Seil auf Sammy Zayn auf der Leiter liegend, war auch noch recht krass. Generell war ich ein bisschen überrascht, dass doch Owens so viel zeigen durfte. Also ich dachte, die nehmen ihn ein bisschen mehr raus. Ja, und dementsprechend war es dann noch mehr eine Überraschung, dass er am Ende beim Finish halt keine Rolle mehr spielte dann. Und ja, wie gesagt, ich hoffe dann, dass Ryder jetzt sinnvoll damit gepusht wird und nicht halt nur kurz den Titel halten wird. Okay, dann war es das, denke ich, von uns zum IC-Leather-Match. Für uns alle ein starker Opener, der WrestleMania würdig eröffnet hat. Gehen wir zu einem Rematch. Und zwar AJ Styles gegen Chris Jericho Nummer 4. Bei WrestleMania fand ich, war dieses Match trotzdem nochmal was Spezielles. Auch wenn ich mir hier gewünscht hätte, dass es fucking nochmal eine Stipulation gibt. Trotzdem war das Ganze ein sehr, sehr starkes Match. Ich fand das beste Match, das die beiden bisher hatten. Es gab Submission-Phasen, Drama, Kick-Out aus dem Codebreaker und aus dem Styles-Clash. Geniale Konter, schöne Sequenzen. Am Ende wurde der Springboard-Vorarm in den Codebreaker gekontert und Chris Jericho gewinnt, was ich eine falsche Entscheidung fand. Denn AJ Styles hätte hier das Ding gewinnen müssen. Denn ein WrestleMania-Sieg ist für Styles einfach elementar wichtig. Ich finde es gut. Auf der anderen Seite, so ein bisschen mit einem weinenden und einem lächelnden Gesicht sehe ich das Ganze. Denn Chris Jericho hat zumindest jetzt wieder seine Kredibilität erhalten. Hätte er jetzt nochmal gegen Styles verloren. Also die Fede wäre einfach sehr, sehr eigenartig gewesen. Das heißt im Endeffekt trotzdem, dass es noch ein Match geben wird. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Trotzdem an sich von der Qualität fand ich das Match sehr stark. Ich gebe 3 an 3 Viertel Sterne. Also ich war in diesem Drama von diesem Match auf jeden Fall drin. War für mich kein 4 Sterne Match, aber es war ziemlich nah dran. Und das Finish war schon auf jeden Fall sehr, sehr eigenartig. Hätte ich mir auch nie so erwartet. Aber naja, Jericho hat zumindest seine Kredibilität jetzt wiederbekommen. Ja, das Match fand ich an sich auch ganz gut. Ich fand es relativ kacke, als Jericho aus dem Styles Clash ausgekickt ist. Weil im Endeffekt ist Styles Clash ja so ein Move, den wir so gut wie nie sehen dürfen. Nur bei besonderen Veranstaltungen, weil er so gefährlich ist. Wir durften ihn einmal am Anfang gegen Axel sehen und dann wurde er extrem zurückgehalten in den Styles Matches. Und jetzt da war ich ihn dann wieder einmal beim Pay-Per-View bringen, sogar beim größten überhaupt. Und dann wird direkt rausgekickt. Also keine Ahnung, das fand ich jetzt ein bisschen kacke und überhaupt, dass Jericho gewonnen hat. Aber so wie er nach dem Match reagiert hat, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht bald sein letztes WrestleMania war oder so. Kam mir das nicht so vor? Ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich auch krass. Aber der hat ja schon das ein oder andere Tränchen verdrückt und war krass drauf. Dann kann ich es irgendwo verstehen, dass man dem einen Sieg gibt. Aber das tut auf jeden Fall Styles weh, dass er seine erste WrestleMania direkt in dem Match verliert. Und ich glaube einfach, man hätte die Fede früher beenden sollen und Styles in ein anderes Match bringen. Und Jericho halt auch. Also für mich war das auf jeden Fall eine Fehlentscheidung. Aber das Match war auf jeden Fall noch gut. Die Anfangsphase war überhaupt relativ gut. Ja, ich muss sagen, es war für mich auch das beste Match von ihrer Serie. Ich würde auch so drei, drei Viertel geben. Dreieinhalb, drei, drei Viertel. Ja, ich weiß auch nicht, was ich vom Finish genau halten soll. Weil klar, Jericho-Wrestlemania-Sieg, den gab es schon ewig lange nicht mehr. Weil die anderen beiden WrestleManias, wo er in der letzten Zeit mal war, da hat er gegen CM Punk verloren. Okay. Und gegen Fandango, der heute als erstes in der Battle Royale rausgeflogen ist. Nur mal so als Vergleich. Deswegen ist es, finde ich, nicht schlecht, dass Jericho gewonnen hat. Aber gegen AJ hätte es nicht unbedingt sein müssen. Weil AJ hätte den Sieg einfach wirklich gebraucht, um sich wirklich in dieser Fede durchzusetzen. Um dann wirklich in der, ich sag mal, vielleicht mit Uppercard sich mal festzubeißen. Jetzt weiß man halt noch nicht genau, wie es mit ihm weitergeht. Ich denke nicht, dass er in der Undercard verschwinden wird, um Gottes Willen. Aber so die Position ist halt jetzt nicht wirklich genau klar von Styles. Und ja, also ob es jetzt vielleicht noch ein Match gibt, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ich will es jetzt nicht mehr sehen. Aber man kann der WWE, wie man heutigen Abend gesehen hat, wirklich alles zutrauen. Und ja, tolles Match. Aber der Sieger hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ja, auch hier wieder, muss ich auch zugeben, war ich auch überrascht, dass Jericho gewonnen hat. Und generell das Match von der Matchqualität eigentlich sehr gut, fand ich. Wäre da sternemäßig auch bei drei Dreiviertel auf jeden Fall. Und generell auch nochmal so allgemein, wie Alex auch schon angedeutet hat. Am Anfang war schon wirklich noch so der Hype da. Und die Matches auch noch recht gut von der Qualität. Und auch dieses Match hat, wie gesagt, rein In-Ring-Mäßig auf jeden Fall gut von beiden. Auch das beste Match der Serie von beiden. Denke auch, wie Alex auch schon angedeutet hat, dass das irgendwie was mit Jericho zu tun hat. Weil er war schon ein bisschen komisch drauf nach diesem Sieg. Und ja, auch das ist mir aufgefallen. Denke deswegen, dass es schon das letzte Match der beiden war. Hoffentlich auch wirklich. Und ja, dass AJ da jetzt nicht gewonnen hat, hat mich, wie gesagt, überrascht. Sehe ich aber jetzt auch nicht ganz so negativ. Weil ich bin auch kein Freund dieser Megapushes am Anfang direkt. Also er kann das auch vertragen, jetzt hier zu verlieren. Wenn dann der Aufbau halt sinnvoll weitergeht. Vielleicht ein Titelgeschehen irgendwo reingesteckt wird. Und dass das halt jetzt auch peu à peu praktisch aufgebaut wird bei ihm. Und nicht so megamäßig übertrieben wird. Und Jericho tut der Sieg definitiv gut, wenn er jetzt dabei bleibt. Also wenn er jetzt doch noch weiter ein paar Fäden haben wird. Dann braucht er halt diesen Sieg, um nicht wirklich als Jobber zu gelten. Sehe ich ganz genauso. Also ist ein starkes Match gewesen mit einem interessanten Sieger. Aber ich sehe das, wie gesagt, so 50-50. Einerseits ist es gut, dass Jericho hier ein Match gewinnt. Dass er seine Kredibilität wieder hat. Andererseits braucht AJ Styles eigentlich einen WrestleMania-Sieg. Ja, mal sehen. Vielleicht war es auch schon die letzte WrestleMania von Chris Jericho. Wenn ja, dann gönne ich ihm auf jeden Fall diesen Sieg. Und von daher, wir wissen es nicht genau, Jericho. Ich sehe das übrigens ähnlich wie Carsten. Also wenn man... Man muss nicht jeden direkt krass pushen. Also es ist sicherlich mal ein gutes Stilmittel. Aber man kann nicht jeden direkt krass pushen. Und nicht direkt zum Main-Eventer machen. Aber AJ Styles wrestlet schon seit 15 Jahren. Ist jetzt nicht so, dass der noch ewig viel Zeit hat. Und außerdem ist er schon auf dem höchsten Level, auf dem man eigentlich sein kann. Ja, vom In-Ring-Technischen auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das zu seinem Charakter passt, dass der wirklich jeden hier besiegt. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat er schon vorher mal verloren gegen Jericho. Ist ja auch egal. Aber wenigstens war das Match gut. Das Match war sehr stark. Also vor allem die Match-Qualität der Main-Show ging ja hier schon krass los. Wir hatten zwei sehr gute Matches. Ein super Match. Ein sehr gutes Match. Und jetzt gehen wir zu einem mehr oder weniger Lowlight. Ja, kann man eigentlich so sagen. New Day gegen League of Nations. Was ein Highlight war an diesem Match, war auf jeden Fall was, was gar nicht im Match involviert war. Und zwar der Entrance. So eine riesen Budios-Schachtel. Zwar keine Einhörner, aber dafür eine Dragon-Ball-Parodie. Sie halten auch nochmal eine kurze Promo. Die Budios, diese riesen Schachtel. Ich pack's einfach nicht. Holy Shit, war das geil. Es war dann dieses 3-on-3-Match, das nicht um den Titel ging, was sehr fraglich ist. Weil, wieso geht es bei WrestleMania nicht um den Tag-Team-Titel? Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut. Deswegen war das Match auch teilweise sehr irrelevant. Bro Kick, die Lads, wie sie sich ja nennen, dummer Nickname, gewinnen das Match. Da habe ich mich dann gefragt, warum lässt du deine Tag-Team-Champions gewinnen? Das macht so überhaupt keinen Sinn. King Barrett hat dann gesagt, hier, ja, wir sind die Besten, hat eine Promo gehalten. HBK, Austin und Mick Foley kamen raus und es entstand ein Brawl. Der Stunner folgt Sweet Jim Musics und Mr. Sokos Attacken gab's hier auch noch. Xavier kassiert dann auch noch einen Stunner. Die trinken alle Bier, die Legenden feiern. War ein legendäres Segment im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wieso verliert New Day? Man kann New Day hier auch einfach gewinnen lassen gegen die Immigranten-Freakshow-League-of-Nations und dann einfach sagen, ja, die League-of-Nations verprügeln New Day und dann machen die Legenden den Save oder so. Dann werden auch League-of-Nations erstmal oben gestanden und so weiter. Also für mich hat das keinen Sinn ergeben. Das Match, keine Ahnung, war überhaupt nichts Besonderes. Wahrscheinlich ein Zwei-Stern im Ernst höchstens. Also das hat mich überhaupt nicht gepackt, vor allem, weil es auch nicht um die Titel ging. Naja, das Match jetzt selbst fand ich auch nicht so toll. Einmal hatte ich auf jeden Fall Angst um Big E, als er seinen Spear gegen die zwei Gegner gebracht hat, durch die Ringseile nach außerhalb. Das kam mir so vor, als wäre der übelst auf dem Kopf gelandet. Ich hatte zwischendurch auf jeden Fall Schiss. Aber du hast schon recht, der Endschutz war eigentlich das Geilste. Xavier Woods' Frisur, weil er einfach ein Super Saiyajin war, konnte ich auf jeden Fall feiern. Wie gesagt, das Match selbst war okay. Von der Matchqualität her, das Ende kann ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen, was das sollte. Besonders das Schlimmste daran ist halt meine Befürchtung. Jo, jetzt hat die League of Nations schon wieder gegen New Day gewonnen. Das heißt, die verlangen bald ihr nächstes Titelmatch und die Fede wird weitergezogen. Und das möchte ich einfach nicht sehen. Ich habe keinen Bock da drauf. Die League of Nations sind für mich, das ist komplett die Luft raus bei mir. Ganz ehrlich, das sind einfach gute Einzelpersonen teilweise. Aber für mich ist das gar nichts mehr. Ich bin da voll uninteressiert. Und ich finde, es zieht New Day einfach runter, in der Fede mit ihr zu stecken. Und auch den Tag-Team-Champs ein Free-on-Free-Match zu geben bei WrestleMania. Und es geht nicht um Titel oder so, finde ich halt auch komplett sinnlos. Und ja, mit den Legenden, es war ja schön, dass man die reingeholt hat. Schön und gut. Aber wie gesagt, man hätte das mit dem Match vorher wenigstens anders machen können, wie du es gerade schon erzählt hast. Finde ich auch. Also das Match hat irrsinnig an Relevanz verloren, wo dann halt die Titel nicht mehr auf dem Spiel standen. Und deswegen, es war auch von der Match-Qualität wirklich der schlechteste Match hier beim... Na, wobei... Na gut, war doch der schlechteste Match hier bei Mania. Aber ja, also es gab eben wirklich im Match selbst nichts Besonderes. Keine speziellen Aktionen oder so. New Day muss man hier beim Entrance nochmal loben. Die haben sich was einfallen lassen und die einfach hier, vor allem Xavier Woods, also Zaya Jeans hier, einfach mal hier auftreten lassen. Das fand ich schon sehr, sehr stark und geil. Und das sind halt wirklich die größten Nerds aktuell im Wrestling-Business. Und deswegen sind sie auch momentan so over. Und ja, aber selbst zum Match ist halt nichts, nothing special hier dran gewesen. Das mit dem Legenden dann, mit Michaels hat mich sehr, sehr gefreut. Das mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Foley und Austin, mit denen war zu rechnen. Allerdings war das zumindest ein, ja, sag mal ein lustigeres Aftermath. Aber ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt gebraucht. Ja, also von der Match-Qualität sehe ich das ähnlich. War so auf Raw-Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Also auch jetzt nichts Besonderes für eine Mania. Und, ähm, einzige war halt wieder, dass wir eine Variation vom Double-Foot-Stomp wieder mal hatten gegen Kofi. Praktisch war das außerhalb. Und, äh, zum Schluss immerhin Match-Story-mäßig halt, äh, was ich ja auch schon mal vermutet hatte, das New Day in Form von Woods ist halt wieder probiert mit diesem Hosen-Zieher-Cover. Äh, diesmal wurde halt, äh, Barrett involviert mit seinem Ellbogen von draußen. Und, ja, dann der überraschende Sieg für die League of Nations. Und ich fürchte da auch Ähnliches, dass die jetzt eben behaupten, sie haben die Champs besiegt. Also sprich, kriegen sie ein Titelmatch bei der nächsten Großveranstaltung. Und, ähm, das muss ich auch nicht unbedingt sehen, weil ich auch da fürchte, dass sie die Titel dann wahrscheinlich sogar gewinnen werden, wie ich, wie ich es momentan sehe. Ähm, mit der, mit New Day weiß ich nicht, ob dieses End-Segment, also dass der Stunner da nochmal für Woods rauskam, vielleicht doch dann wieder auf den Heel-Turn schließen könnte. Und, äh, vielleicht kommt ja dann doch, äh, Enzo und Cass, die gegen die beiden oder drei eben dann fäden. Weil New Day das Ganze ja so darstellen könnte, dass die Fans das halt so abgefeiert hatten, dass sie jetzt da doch noch einen Stunner eingesteckt haben. Also vielleicht steckte da der Sinn noch hinter, dass man halt die Legenden da rausgebracht hatte. Ansonsten habe ich mich auch gefreut im ersten Moment, dass HBK halt in, in, in Gier praktisch rauskam. Der sich übrigens super gehalten hat. Also, holy shit, sieht der noch gut aus. Mhm, das stimmt. Und, ähm, ja, also wie schon gesagt, das war dann natürlich mehr so ein, so ein Fun-Segment. Zum Schluss wurden halt alle abgefertigt. Auch das mit Austin war ja, äh, abzusehen aus weiter Ferne, dass da noch was kommt. Und, ähm, ja, von daher, es war schon unterhaltsam, also nach dem Match besonders. Und, ähm, aber halt das Match selbst einfach schon so ein bisschen lowlight, würde ich sagen, von der Matchqualität. Auf jeden Fall von der Matchqualität. Ich denke, diese WrestleMania hat auch sehr von der Matchqualität gelebt, durchs Booking gelitten, aber dazu mehr. Obwohl, das Match, zu dem wir jetzt kommen, das war die absolute Enttäuschung. Holy. Mhm. Eieiei, das No-DQ-Match zwischen Brock Lesnar und Dean Ambrose. Und das war einfach das Dream-Match schlechthin. Es war so eine geile Ansetzung. Aber was im Endeffekt daraus geworden ist, hat mich einfach so traurig gemacht und so, so angepisst und so enttäuscht. Lesnar hat im Match erstmal natürlich standardmäßig Ambrose durch den Ring geworfen. Es war die komplette Zerstörung. Es gab den Low-Blow von Ambrose. Das war nochmal ganz gutes Match-Storytelling. Kendo-Sticks wurden eingesetzt, Stühle wurden eingesetzt, Feuerlöscher wurden eingesetzt. Es gab dann den Belly-to-Belly-Superplex, den ich auch krass fand. Dirty Deeds auf die Stühle. Lesnar kickt raus. F5 auf die Stühle. Und dann dachte ich mir, geil, Alter. Geiler Spot. Ambrose kommt raus. Und... Lesnar geht zum Cover. 1, 2, 3. Und ich habe die Arme hochgerissen, über den Kopf geschlagen und habe mir gedacht, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. So ein grandioser Aufbau. Und dann resultiert so etwas daraus. Und... Ja gut, Lesnar gewinnt das Match, aber für mich war es einfach insgesamt zu wenig. Man hat die ganzen Waffen aufgebaut. Man hat Ambrose aufgebaut. Nur um ihn in 10 Minuten verlieren zu lassen, das war so... Das musste ich korrigieren. Das waren immerhin noch 12 Minuten. 12 Minuten verlieren zu lassen, das war eine komplette Enttäuschung. Und es hat mich einfach so runtergezogen. Also da war viel mehr Potenzial drin. Und ich fand das Match war sehr gut. Also 3,5 Sterne für die Zeit, die die beiden haben oder hatten, haben sie da sehr, sehr viel draus gemacht. Aber ich überlege mir halt dann, was wäre, wenn man 8 Minuten hier mehr investiert hätte. Was wäre dann passiert? Ich hoffe einfach, dass die beiden ein Rematch haben bei Payback. Dass es eine Fehde daraus wird. Und dass Ambrose eben nicht locker lässt. Aber im Endeffekt hatte Ambrose ja kaum eine Chance, was dieses Match angeht. Er hat zwar teilweise auch Lesnar gut geben können. Aber das war einfach ein F5 auf die Stühle. Und dann war das Ganze vorbei. Und es ist einfach zu wenig gewesen für meine Verhältnisse. Und ich bin enttäuscht, wenn man sich anschaut, was daraus geworden ist. Und das war für mich die Enttäuschung schlechthin bei dieser Show. Muss ich sagen. Es stand noch über dem Main Event, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber zum Main Event kommen wir gleich noch. Also erst mal zu Ambrose Lesnar. Ja, kann ich dir aber auf jeden Fall zustimmen. Ich war auch so extrem enttäuscht davon, weil beim Main Event hatte ich ja schon sowieso Befürchtungen. Hier hat man halt die großen Erwartungen eigentlich gehabt. Und 8 Minuten mehr hätten da auch nicht gereicht. Das Problem war einfach, wie es aufgebaut wurde. Ambrose wurde richtig krank dargestellt. Also psychisch krank so. Nach dem Motto kriegt von Mick Foley den geilen Baseball-Bet mit dem Barb Wire rum und die Kettensäge von Terry Funk. Und ja, es wird so krass auf Gegenstände aufgebaut. Ambrose holt sich ja letztes Mal nochmal in der Raw mit diesem Wagen oder was? Ne, war es in der Raw mit dem Wagen nochmal die ganzen Waffen ab und so. Und es ist so krass. Und dann wird erzählt, yo, das wird am Rande von dem sein, was man in der PG-Era machen kann und bla bla. Und im Endeffekt war es so lächerlich, das überhaupt als Streetfight zu bezeichnen. Im Endeffekt hatten wir ein paar Kendo-Stick-Schläge, ein paar Stuhlschläge und ein Finishing-Move auf dem Stuhl. Herzlichen Glückwunsch, das ist so lächerlich. Wie kann man sowas No Holds But Streetfight nennen und das so groß ankündigen? Weißt du, die waren noch nicht mal ansatzweise in der Nähe der Rampe des Titantrons oder irgendwie sowas. Oder richtig im Publikum oder haben eine härtere Waffe genommen. Es war einfach nichts. Wir hatten einfach die Standard-German-Suplexes, den Low-Blow- und Feuerlöscher, also diese ein bisschen unfairen Aktionen, damit Ambrose auch irgendwie wieder hochkommt und damit Gegenständen auf ihn einschlagen kann. Und dann war das Match einfach so schnell vorbei. Und bei mir war es genauso wie bei dir. Der bringt den F5 durch. Das Cover kommt halt 1, 2 und ich so, oh shit, jetzt kommt der Kick-Out bei 2,9. Und was passiert? Es wird einfach bis 3 gezählt. Ich meine, Leute, was soll das? Man hätte Ambrose hier richtig krass wirken lassen, als könnte man ihn wirklich nicht zerstören lassen. Und im Endeffekt ist er nach einem F5 auf die Stühle K.O. Und für mich einfach die Enttäuschung des Abends. Und ich könnte mich auch jetzt noch so weiter darüber aufregen, dass sowas als No Holds But Streetfight bei WrestleMania gezeigt wird. Es wurde die ganze Zeit von den großen Drei geredet. Und dann kommt sowas und enttäuscht absolut. Ja. Dann mache ich mal weiter, wenn Benjamin noch nicht da ist. Ja, sehe das ähnlich. Also die Erwartungen waren natürlich riesengroß an dieses Match. Und vor allen Dingen auch dieser ganze Aufbau von Heyman noch vor dem Match mit der Ankündigung und so weiter. Also man war schon wirklich drin in diesem Match. Und auch am Anfang eigentlich noch das typische Szenario, dass Ambrose halt mit diesen Kendo-Sticks immer wieder kommt. Und Lesnar natürlich überraschenderweise mit den German Suplexes. Und ja, das fand ich noch alles recht gut. Auch wo er da Daumen hoch gezeigt hat, so nach ungefähr dem sechsten German Suplex. Und dieses Selling mit den Waffen dann halt auch, wo er immer wieder den Kendo-Stick nutzen wollte. Aber Lesnar sich einfach nur draufgestellt hat und gelacht hat. Also auch das war alles noch in Ordnung, finde ich. Mit dem Low Blow dann genauso. Also da war die Match-Story noch sehr sinnvoll. Dass die Kettensäge dann eigentlich auch so unterging. Also dass er die starten wollte und es wurde halt nichts, wurde weggehauen und das war's. Also das war auch ein bisschen enttäuschend. Der Laptop der deutschen Kommentatoren kam ja noch zum Einsatz. Auch die Waffe wurde noch gezogen. Und ja, ansonsten muss ich da auch Alex recht geben. Also für einen Streetfight war das sehr, sehr wenig. Überhaupt kein Blut, wo es vorher immer hieß, das wird so eine blutige Schlacht. Und dann gibt's im Endeffekt gar nichts. Genauso wie das Finish halt sehr, sehr enttäuschend war. Auch ich dachte natürlich, er kicked out nach diesem F5 auf die Stühle. Weil, ja, wie ich ja vorher schon gesagt habe, es hätte einfach so viel Sinn gemacht, Ambrose diesen Sieg zu geben. Weil Lesnar auf Dauer da unbesiegbar dastehen zu lassen, das kann's einfach nicht sein. Weil irgendwann ist er auch weg. Und das ist einfach nicht der Sinn für mich von einem Lesnar. Dementsprechend war ich da auch wirklich krass enttäuscht. Also wo weg? Ich bin wieder da. Ah, sehr schön. Okay. Kann ich kurz meine Meinung noch dazu abgeben? Ja, klar. Auf jeden. Okay, perfekt. Ja, im Endeffekt, ich gehe mit eurer Meinung natürlich konform. Es ist, was ging das Match hier? Zwölf Minuten, 50. Und zieht dem Undertaker-Match zehn Minuten ab, dem Main-Event zehn Minuten, und legt das hier drauf und lasst die beiden sich einfach abschlachten. Und dann wäre es auch zeitlich einfach viel besser eingeteilt gewesen. Und in zwölf Minuten wirklich ein potenzielles, vielleicht sogar Match-of-the-Year-Kandidat einfach so abzuspacken, das ist für mich fast schon die größte Frechheit bei dieser Main-Event gewesen. Vor allem wurde Dean Ambrose hier komplett unter Wert verkauft, obwohl er ab und zu ganz gut mitgehalten hat. Und auch diese Streetfight-Ankündigung, das war das most PG-lastigste Streetfight, den ich je gesehen habe. Du hast kaum Gegenstände zum Einsatz gebracht. Ein paar Stühle, Candlesticks und ja, ein Feuerlöscher. Toll, das war's. Die Kettensäge, die wurde kurz mal ausgepackt und die ging dann ähnlich. Und auch hier dieser Barbed Wire, ein Baseballschläger, der wurde versucht, einmal damit zuzuschlagen und das war's auch schon. und dann besiegt mit einem einzigen F5 Lesnar bereits Ambrose. Also Ambrose hast du hier so schwach rausgehen lassen. Ich weiß nicht, was der verbrochen hat. Er tut mir richtig leid, weil er hat auch irrsinnig viel Pops bekommen. Also man hat das schon gesehen. Er war definitiv einer der beliebtesten bei der ganzen Maniacard. Und dass du ihn dann hier so abfrühstückst, das grenzt für mich wirklich an eine große Frechheit. Das Match selbst war für die Länger wirklich nicht schlecht. Drei ein Viertel vielleicht würde ich noch geben, was für zwölf Minuten eh schon ganz gut ist. Aber die Frechheit steht dir wirklich im Vordergrund bei diesem Match. Es war einfach die absolute Enttäuschung. Und das ist das perfekte Beispiel, wie man durch Booking ein Match versauen kann. Das Zeitmanagement dieser Show war schrecklich. Also wirklich grauenhaft. Und also ich hoffe einfach, dass es weitergeht. Wenn es das war mit Ambrose und Lesnar, dann bin ich richtig sauer. Weil das so eine geile Ansetzung ist, die man durch dummes Booking so zerstört. Also es trifft bei mir einfach nur auf Missverständnis. Ich gebe dreieinhalb für das Match. Und war ein geiles Match für die Zeit auf jeden Fall. Großen Respekt, dass die da noch so viel rausgehauen haben. Aber im Endeffekt war es einfach eine pure Enttäuschung für mich persönlich. Die Hall of Fame Indactives wurden dann nochmal gezeigt. Guckt mal eine Hall of Fame Review, die habe ich ja gestern hochgeladen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum für viele Match of the Night, sage ich mal. Und zwar zu den Women. Es ist der Women's Champion Titel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es grandios, dass die WWE endlich diesen Schritt geht. Weg von den Diven zu den Women. Denn es heißt einfach was anderes zu sagen, hier kämpfen die Diven. Oder hier bitchfighten die Diven. Oder hier fighten wirklich Frauen. Hier fighten Women. Und das ist für mich ein großer Schritt, den man hier geht. Das sind zwar nur im Endeffekt nur Formalien, aber es hat trotzdem eine Riesenaussage. Sascha Banks, Charlotte und Becky Lynch haben alle in Interviews vor einem Jahr gesagt, dass sie sich wünschen würden, der Women's Titel kommt bei WWE zurück. Und sie sind dafür verantwortlich, dass es so weit gekommen ist. Großen Respekt an die drei. Ich habe mich groß auf das Match gefreut. Ich wurde nicht enttäuscht. Sascha Banks gegen Becky Lynch, gegen Charlotte um den Women's Titel. Ich muss erst mal sagen, der Women's Titel gefällt mir vom Aussehen sehr, sehr gut. Also sieht einfach wie ein großer Titel aus, für den es sich lohnt zu kämpfen, im Gegensatz zum Divas-Titel. Aber gut. Sascha Banks wurde von Snoop Dogg zum Ring begleitet. Charlotte hatte eine traditionelle Flair-Robe an. Also fand ich ganz cool vom Entrance her. Becky Lynch hat nichts Krasses bekommen, sage ich mal. Hatte halt wieder ihre typische Nebel-Show. Ihre, keine Ahnung, Dampfmaschine wurde angemacht und so weiter. Also keine Ahnung, was da noch alles dabei war. Der Entrance von Charlotte und von Sascha, oder die Entrances, haben krasser gewirkt. Das Match war großartig. Also wirklich, wirklich stark. Für mich persönlich. Es gab am Anfang erstmal die typischen Roll-Up-Kombos. Ein schöner Frog-Splash von Sascha. Geile Near Force. Becky nimmt Flair mit einem Suicide-Dive erstmal aus dem Match raus. Das fand ich krass. Dann folgte der Moonsault vom Top-Robe nach draußen von Charlotte. Wunderschön. Also einfach ein super gutes Dieben- äh, Women's Match. Ai, ai, ai. Es gab dann diesen Double Natural Selection Spot, den ich auch sehr, sehr cool fand. Und allgemein die Match-Psychologie in diesem Match war einfach genial. Hat für geiles Wrestling, äh, die Tür geöffnet. Und, ach, also einfach, einfach ein Traum dieses Match. Submission in Submission in Submissions. Also, die Spannung, die hier aufgebaut wurde, war auch richtig, richtig stark. Am Ende der Figure 8 an Becky Lynch. Sascha will eingreifen, hätte eingegriffen, aber wird von Ric Flair festgehalten und Charlotte verteidigt. Im besten Women's-Titel-Match der Geschichte von WWE und im besten Frauen-Match der Geschichte von WWE im Main-Roster verteidigt sie ihren Titel. Und ich muss ehrlich sagen, ich gebe diesem Match 4 ein Viertel-Sterne. Mir hat das, ich, mich hat es einfach so umgehauen. Das war geiles Wrestling. Die drei haben abgeliefert wie sonst was. Wurden ihrem Aufbau gerecht. Und ich, ich kann einfach nicht genug über dieses Match schwärmen. Äh, ich, ich bin super zufrieden, was das angeht. Und Charlotte, die hier verteidigt, ich meine, ich hätte gerne Sascha gesehen, ich hätte gerne Becky gesehen, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass Sascha, äh, dass Charlotte hier verteidigt. Sie ist immer noch Women's Championers und ich denke, die Fee des Sascha Banks gegen Charlotte wird jetzt erstmal weitergehen und, äh, wird richtig an Fahrt aufnehmen, bis dann Sascha Banks, denke ich, auch den Titel gewinnen wird. Aber gut, was sagst du, Alex? Ähm, ja, ich würde es auch 4 Sterne geben für das Match. Also für mich auch das beste Match des Abends. Ähm, ich habe mich natürlich, ich hätte mich für alle drei gefreut, ne, in gleichermaßen. Ich finde die alle extrem korrekt. Und, ähm, was mich aufgeregt hat, was mich halt gestört hat, ist dann doch das Finish. Und zwar nicht, dass Charlotte gewonnen hat. Ähm, Charlotte war super in dem Match. Ich finde, in diesem Match war die auch die beste Workerin. Äh, allein, man muss noch mal den Moonsault hervorheben. Ein Traum. So was, so was hätte man bei den ganzen Diven, die, äh, um die es sonst in der WWE ging, da hätte sowas niemals geklappt. Also ist schon gut, dass man es in Women umbenennt. Und dann darf man auch mal einen Moonsault zeigen. Und der war perfekt ausgeführt. Ich habe es echt gefeiert. Ähm, aber mich regt halt an dem Sieg auf, dass Ric Flair wieder eingegriffen hat. Das ist zwar gut, dass man da jetzt weiter Sascha Banks gegen Charlotte vielleicht, äh, aufziehen kann. Aber ganz ehrlich, äh, Charlotte gewinnt nur noch ihre Matches, äh, durch Flair-Eingriffe. Und ich finde, das hat die einfach nicht nötig, dass man Charlotte so krass auf Flair aufbaut. Ich meine, ja, klar, ihr Vater ist Two-Time-Hall-of-Famer und Legende und so weiter. Aber ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass ein Snoop Dogg am Ring steht und ein Ric Flair ausschaltet und so. Und dass man dann halt die drei Women hat, die gegeneinander kämpfen und den Fight abliefern. Und nicht, dass Ric Flair wieder Sascha festhalten muss. Wie gesagt, das kann gut für die Zukunft sein, damit man die Fehler weiterzieht. Aber ich hätte mir dann doch lieber, äh, ja, einen Sieg ohne Flair gewünscht oder halt einen von Sascha Banks. Die ist ja auch von den dreien eigentlich mein Liebling. Aber trotzdessen war das Match auf jeden Fall super. Sowas hätte man sich vor zwei, drei Jahren nicht, äh, träumen lassen, dass man bei WrestleMania, äh, Frauen im Ring hat, die so abliefern. Und deswegen würde ich auch vier Sterne geben und war für mich schon Match of the Night, würde ich sagen. Ja, dann fange ich mal mit den Sternen direkt an. Äh, ich wäre da schon sogar auch definitiv bei vier ein Viertel bis vielleicht sogar kurz vor viereinhalb, ähm, weil von der Matchqualität es wirklich stark war. Äh, das, was eben auch zu erwarten war. Äh, muss noch anmerken, dass, äh, Banks ja in diesem Eddie-Outfit rauskam. Auch das fand ich sehr cool. Gab ja auch den Frog Splash von ihr. Also das passte wieder, äh, zusammen. Äh, dass der nochmal so ein bisschen geehrt wurde in diesem Match. Und, ähm, ja, generell halt viele, viele krasse Spots. Generell auch Banks mit diesem Suicide Dive, den hat sie ja auch noch gerettet, indem sie auch nochmal eine Drehung mit eingebaut hat, so ein Salto, äh, weil der sonst ein bisschen kurz geworden wäre. Also da sieht man auch wieder die Qualität von ihr. Und, ähm, dieses Munzoll natürlich war wirklich perfekt ausgeführt nach draußen. Und, äh, was mir noch ganz gut gefiel, dass Charlotte halt im Match dann nachher so ein bisschen verzweifelt ist, dass sie die beiden einfach nicht, äh, besiegt bekommt. Und, äh, auch nach Dead gerufen hat und so. Also auch da war wieder so ein bisschen diese Match-Story drin, was dann eben auch beim Finish der Fall war. Ähm, was, muss ich auch Alex recht geben, mir auch natürlich überhaupt nicht gefällt. Bin halt eh kein Fan von, von Ric Flair und dass er da immer wieder bei Charlotte eingreifen muss. Also da hätte, da hätte man ihr, wenn er einen cleanen Sieg geben müssen, oder eben, was ich ja auch erwartet hatte, eigentlich Sascha Banks. Aber darüber kann ich mich auch nicht groß beschweren. Also da, da will ich jetzt nicht meckern. Wären alle drei wirklich okay gewesen für diesen Sieg. Nur halt, wie man's gemacht hat, fand ich dann ein bisschen schade, weil den, den, den Push hätte man ihr in dem Sinne noch mehr geben können, dass sie das Ganze dann clean gewinnt. Und dann eben die Fede gegen Banks wahrscheinlich ja weitergeht, so wie's momentan aussieht. Und, äh, Snoop Dogg spielte ja eigentlich gar keine Rolle mehr in diesem Match danach, nach dem, nach dem, nach dem Intrance. Ähm, ja, von daher, wie gesagt, bin ich da bei fast viereinhalb sogar. So, Benjamin? Ja, ich bin noch mal da. Ich probier's jetzt noch ein letztes Mal. Äh, sorry auf jeden Fall dafür. Ich weiß nicht, was gerade mit meinem Internet los ist. Äh, ja, wenn, für mich war das Women's Match natürlich auch bei weitem Match of the Night. Also, äh, mit großem Abstand. Ich würde sogar, ja, viereinviertel, viereinhalb würde ich sogar geben, weil das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war doch der eine oder andere Botch von Banks, weil Banks hat zweimal das Banks-Statement angesetzt und, äh, was heißt angesetzt, durchgezogen. Und zweimal, äh, war, hat sich's nicht ganz hingekriegt, sagen wir mal so. Und, ja, der Rest war natürlich, angefangen von den Entrances, wo man halt, da hast du wirklich das erste Mal wirklich Big-Time-Feeling auch bekommen. Bei den Entrances von Sascha Banks mit Snoop Dogg, äh, mit Ric Flair und auch dann, äh, auch bei Becky Lynch, die, deren Ring-In-Ring-Attire mir sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, da war schon, äh, ja, Big-Time-Feeling drauf. Und, das hast du dann auch im Match selbst gemerkt, die Damen haben auch genug Zeit dafür bekommen. Äh, Respekt nochmal an die WWE dafür. Und, äh, ich bin zwar mit, äh, mit Charlotte jetzt nicht unzufrieden. Äh, wenn er sich unter dem Match mal eingemischt, äh, hätte jetzt mich nicht gestört, aber dass er dann wirklich so zum, zum Finish beitrug, äh, das, ähm, hat mir doch ein bisschen, äh, ja, sauer aufgestoßen. Äh, man kann das jetzt argumentieren, ja, dann zieht sie noch mehr Hit, aber für mich war das einfach dann schon too, äh, too much. Und, ja, mal sehen, wie es dann jetzt, äh, weitergeht. Im Übrigen finde ich den Gürtel auch sehr, sehr schön und, äh, ist auf jeden Fall eine, eine würdige Darstellung eines, äh, Women's Championship-Welts in meinen Augen. Auf jeden Fall. Also, das kann man sagen. Mir gefällt der Titel auch sehr, sehr gut. Und an sich einfach ein wunderschönes Match. Guckt euch das an. Für mich übrigens das beste Main-Roster-Diven- beziehungsweise Frauen-Match der Geschichte. Für mich auch. Okay. Dann, äh, also ich hab bisher zumindest kein besseres gesehen. Ich hab natürlich nicht jedes gesehen, aber, äh, ich war super positiv überrascht. Und ich denke, die drei haben das getan, was wir von ihnen erwartet haben und dafür größten Respekt. Ich, äh, muss echt sagen, dass, dass mir das Herz aufgeht, wenn ich die drei hier sehe. Äh, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber, äh, dann ist es halt so. Genau. Das war's zu den Frauen der Women's Titel. Auf jeden Fall hier am Start. Wir finden den Titel super. Und, äh, das ist eine super Entscheidung gewesen. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir tippen wahrscheinlich alle auf eine Sascha Banks gegen Charlotte Fede, die hier weitergehen wird. Und ich denke, äh, Sascha Banks wird sich dann im Laufe von dieser Fede auch den Titel sichern. Jetzt zum kontroversesten Teil der Show. Das Hell in a Cell Match zwischen Shane McMahon und dem Undertaker. Shane McMahon hat beim Entrance von ihm, äh, seine Kinder mit zum Ring gebracht. Äh, Undertaker hatte einen sehr epischen Entrance. Einer der epischsten, äh, Taker-Entrances, den ich bisher gesehen habe. Also, die Atmosphäre, diese Lichtshow, das war einfach komplette Gänsehaut. Das war WrestleMania würdig. Das war Undertaker würdig. Und mich hat's einfach komplett umgehauen. Das war sehr, sehr geil. Äh, ich hatte Big-Time-Feeling bei diesem Match. Ich, ich war komplett drin emotional. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich persönlich ein Befürworter dieses Matches bin. Es ist ja wirklich, äh, bei diesem Match Pro und Contra. Es gibt Leute, die feiern es und es gibt Leute, die feiern es nicht. Viel dazwischen gibt es wahrscheinlich wirklich nicht. Am Anfang der Schlagabtausch. Äh, der Triangle, der Last Ride, Chokeslam auf die Steal Steps und so weiter. Hellskate in den Sharpshooter, Coast to Coast, einfach ikonisch gewesen. Und man hat hier die Anfangsintensität auf jeden Fall schon mal aufgebaut. Es war diese, diese pure Intensität, die man gespürt hat. Äh, der, ähm, Shane holt dann eine Zange raus, schneidet die Cell ein bisschen auf und dann geht der Spinebuster durch die Zelle durch. Und da dachte ich mir dann schon, Alter, jetzt geht es rund. Pure Intensität wirklich. Also, äh, ich, ich war komplett da drinnen. Ich, ich, ich hab diese Atmosphäre in mich aufgesaugt und war einfach sehr, sehr überrascht, dass die beiden durch, durch ihre bedachte, durch ihr bedachtes Match-Tempo, sag ich mal, so eine unglaubliche Intensität, so eine Epicness und so eine Atmosphäre aufbauen konnten. Äh, der Sleeper von Shane kam dann außerhalb des Matches. Beide fliegen durch den Tisch. Der Undertaker liegt auf dem anderen Kommentatoren-Tisch. Äh, übrigens, was ich noch erwähnen wollte, die, die deutschen Kommentatoren waren ja irgendwie ein bisschen Ziel von, von den ganzen Workern hier an diesem Abend. Die haben ja ständig irgendwas abbekommen und die ist selber ihnen fast draufgeflogen und so weiter. Fand ich alles sehr, sehr lustig, äh, hier Schäfer und Hackel zu sehen, wie sie ständig am Ausweichen waren. Ach ja, das war schon sehr, sehr amüsant. Aber gut, Undertaker liegt, wie gesagt, auf dem Kommentatoren-Tisch. Shane geht nach oben auf die Zelle. Atmosphäre pur. Also ich war wirklich gebannt vor, äh, dem, dem Fernseher gesessen und hab das so krass, äh, einfach in mich aufgesungen. Diese ganze Atmosphäre. Und ich, ich war da so drin, emotional komplett mitgenommen. Shane McMahon blickt nach unten und springt. Der Taker weicht aus und Shane kracht durch den Tisch. Was für ein unglaublicher Moment. OMG, ich habe nichts als Respekt für Shane McMahon. Dieser Typ ist grandios. Er sagt, und dann auch noch hier, als er wieder aufgestanden ist, er will mehr. Er hat dann diese Geste gemacht, ich will mehr, ich bin noch nicht down. Und, äh, das war einfach so eine grandiose Psychologie. Ich, ich hab viel gelesen, dass es überhaupt keine Match-Psychologie in dem Match gab. Finde ich überhaupt nicht. Das hat alles so bedacht und so, so intensiv gewirkt, äh, dass ich, also, dass ich persönlich das sehr, sehr gefeiert hab. Äh, er will mehr. Es geht zurück in den Ring nach diesem grandiosen Moment, den ich immer noch nicht realisieren kann. Also, was Shane hier für uns tut, äh, nur um uns zu unterhalten in dem Alter, das ist einfach nur respektwürdig oder, äh, zu respektieren, sag ich mal. Äh, der Tombstone im Ring folgt vom Taker, er schüttelt nur den Kopf, pinnt Shane McMahon und, äh, beendet dieses epische Match. Also, der Undertaker siegt. Ich fand, äh, es war auch hier wieder der falsche Sieger. Ich hätte gerne Shane gesehen. Äh, im Endeffekt hat er jetzt nicht die Kontrolle über Roman, hat die Vorfreude aufgebaut, die dann im Endeffekt ein bisschen enttäuscht wurde, aber der Undertaker siegt und ist damit nicht hier bei seiner letzten WrestleMania gewesen und Shane kam einfach zurück, um uns zu unterhalten. Das wurde mir hier jetzt klar und das hat mir auch noch mal ein bisschen was in meinem Kopf an, 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 an einer Dimension geöffnet, sag ich mal, weil wir haben alle so spekuliert, was, was passiert, wenn Shane, äh, die Kontrolle über Raw bekommt. Im Endeffekt hat er die nicht bekommen, er kam einfach nur zurück, um uns zu unterhalten und zeigt dann so einen krassen Spot, den er eigentlich nicht zeigen muss, den wir zwar in gewisser Weise schon erwartet haben und ohne den wir enttäuscht gewesen wären, aber es ist einfach kaum zu realisieren, wie viel Respekt ich für Shane McMahon habe und auch für den Undertaker, der hier natürlich nicht der Man of the Match war, ganz klar, aber der trotzdem, äh, hier auch seinen Beitrag geleistet hat und ich hoffe trotzdem, dass die Authority bald beendet wird. Es war für mich eines der emotionalsten Matches, äh, die ich, äh, je erlebt habe und ich respektiere Shane McMahon so krass und die beiden, dass sie in diesem Alter mit fast 100 Jahren insgesamt, äh, wenn man beide zusammenzählt, noch so eine krasse Match-Story erzählen und, und so eine krasse Intensität und Epicness in Match bringen, so einen Spot zeigen, es wurde hier einfach Geschichte geschrieben, es war ein episches, geniales, intensives Match und es spaltet natürlich die Meinungen, aber ich rede hier nur von mir persönlich, ich, äh, ich, äh, ich, verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, oder ich verstehe es nicht, wenn Leute sagen, ja, es war ein scheiß Match, aber, äh, ich meine, die Meinungen gehen halt auseinander, für mich persönlich, äh, hat's mich, es hat mich mitgenommen, es war super intensiv, es war episch und ich gebe dem Match viereinhalb Sterne. Okay, also du sagst, ja, du sagst erst mal, ähm, Shane kriegt ja jetzt Raw doch nicht, ich denke doch, dass Shane Raw bekommt, weil mir, mir schaust direkt in den Kopf, dass man ja vor ein paar Wochen, dass Shane diese, diese Kiste doch erwähnt hat, die der von seinem Vater hat, wo anscheinend irgendwas Schlimmes drin ist und im Endeffekt hat die WWE das total fallen gelassen. Ich dachte so, jo, haben die mal wieder ihre eigenen Scripts vergessen und so, man kennt es ja von denen, aber vielleicht hat es ja noch was damit auf sich, dass man jetzt Taker den Sieg gibt in diesem epischen Match und trotzdem Shane die Macht gibt, aber, naja, das werden wir halt sehen. Zum Match selbst, ähm, ja, ich finde, man hätte schon so knapp 10 Minuten davon streichen können, weil die Anfangsphase war schon ein bisschen low, aber ich bin trotzdem einer der Typen, die das Match, ach, keine Ahnung, ich kann nicht mehr reden, es ist zu früh am Morgen, äh, ich bin eine der Personen, die das Match gefeiert haben, auf jeden Fall, ähm, ich fand auch die Psychologie darin nice, also, die, die ganze Story darum, dass Shane einfach, äh, einfach immer weitermacht und, ja, ich, ich war einfach drin, ich hatte einfach das Feeling, es waren einfach schon ein paar Gänsehautmomente, äh, einmal hat Shane den Anatecker gepinnt und er ist mit seinem schnellen, äh, Aufstehen einfach aus dem Pin rausgekommen und so und ich fand das Match einfach geil, es war natürlich technisch nichts, ähm, aber das hat auch keiner erwartet, wir wollten ein paar krasse Spots sehen, äh, es war auch klar, dass es in einem ziemlich langen Match nur wenige Spots werden, aber die hatten es immerhin in sich, ja, und ich hatte einfach das Feeling, ja, und das, es hat mich unterhalten, auch wenn es zwischendurch ein bisschen lange war, trotzdem fand ich es ein richtig geiles Match, ähm, ich kann den nur so krass viel Respekt zahlen, ich hoffe einfach, Shane hat sich nicht zu krass verletzt bei dem Spot, ähm, und, ja, mein, mein allergrößter Respekt, ich fand das Match gut, ich würde jetzt einfach mal dreieinhalb Sterne geben, also, viereinhalb finde ich schon krass übertrieben, dreieinhalb Sterne, weil, äh, kein, weil ich drin war im Match und wegen der kranken Spots, aber wenn man das jetzt auf technischer Ebene oder so, darf man das einfach nicht betrachten, so. Soll man ja auch nicht, also, finde ich absolut falsch zu sagen, äh, man geht hier von der Matchtechnik aus, weil es für mich einfach die Atmosphäre war und die, die Emotionen, die mich mitgerissen haben, dass ich dem Ganzen halt viereinhalb gebe und dieser unglaubliche Spot, also, ich gehe da echt von meinen Emotionen aus und nicht irgendwie von der Matchstor, äh, das hat ja auch, das hat ja auch dreieinhalb Sterne und nicht zwei oder so, weil, weil ich einfach auch drin war, weißt du. So, dann muss ich hier anscheinend mal den Heal spielen, äh, ich fand das Match eher kacklangweilig bis zum Spot, sage ich ganz ehrlich, äh, die ersten zehn Minuten waren, gab es gefühlt, sechs, äh, sechs Moves, drei von jeweils, dem einen, es gab ein, äh, Elbow von Shane, es gab da mal ein Last Ride, es gab ein Chokeslam vom Taker und dann gab es halt auch diesen Move dann, äh, dann aus dem Käfig dann auch bald mal raus und dann gab es auch noch einen Kommentatoren-Tisch, so ein Slam, das war alles recht und schön, aber bis dahin sind auch dann schon wieder 20 Minuten vergangen und erst die letzten zehn Minuten, als es dann diesen, diesen wirklich fetten Spot gab und dafür muss ich auch Shane McMahon meinen allerhöchsten Respekt zollen, äh, diese Eier zu haben, in diesem Alter vor seinen Kindern wohlgemerkt, äh, das ist schon, äh, was, was, es war für mich wahrscheinlich einer der größten WrestleMania Moments, die ich je live, äh, beibohnen durfte, das steht außer Frage, äh, um jetzt das Match hier zu schlecht zu reden zu wollen, man muss das ja immer differenzieren, also, äh, äh, was Shane hier dann, äh, äh, bei diesem Bump hier geleistet hat, war absolute Weltklasse, also das will ich hier bei weitem nicht schlecht reden, dennoch hat mich das Match einfach irgendwo nicht, es hat mich nicht, äh, geflasht, ich weiß nicht, woran es lag, äh, war es einfach die doch zu langsame Anfangsphase, äh, Alex hat schon gesagt, zehn Minuten weniger hätten im Match, glaube ich, auch ganz gut getan, und, äh, ähm, nachdem es ja doch so einen wirklich extrem langsamen Aufbau in diesem Match gab, äh, kam ich auch nie wirklich in das Match rein, ich, ich hatte da nicht so die Emotionen, weil ich jetzt vielleicht jetzt nicht wie der Jonathan so der große Undertaker-Fan bin, es war bei mir eben, es waren bei mir nie so die, die, die Undertaker-Matches, die mich da überzeugt haben, obwohl natürlich sehr, sehr viele bei Mania sehr, sehr krass waren, aber so ein richtiger Fan vom Taker war ich persönlich nie, äh, und, äh, das kann natürlich auch ein Grund sein, warum mich das Match einfach jetzt nicht ganz so, äh, geflasht hat, der Hauptgrund liegt aber hier definitiv an der sehr, sehr langsamen und behäbigen Anfangsphase, äh, meiner Meinung nach, und, äh, ja, deswegen gibt's von mir maximal, äh, drei Sterne, aber auch nur, weil hier, äh, Shane wirklich diesen Monster-Spot gebracht hat, ansonsten hab ich das Match, Entschuldigung, leider, äh, eher gelangweilt. Ja, also ich muss auch das, das Tempo wirklich bemängeln bei diesem Match, das war wirklich schon relativ krass, langsam von beiden halt geführt, und, ähm, ich hab ja vorher auch noch gesagt, es wird matchtechnisch nicht ganz so enttäuschen, und das muss ich auch leider sagen, das hat's mich dann schon so ein bisschen, äh, weil vorher hieß es ja immer, es lebt nur von der Story, und hörte man ja jetzt auch schon bei, bei zwei der drei Vorredner, dass es eben genau auch nur das war, und bei mir ist es ehrlich gesagt auch ähnlich, also es lebte wirklich dann nachher von der Story viel, und, ähm, das war natürlich dann dieses, dieses Emotionale, also auch da muss ich Jonathan recht geben, klar, aber das liegt eben an der Story, und matchtechnisch war es jetzt wirklich nichts Besonderes, also dafür war es mir wirklich extrem wenig, Wrestling, muss ich jetzt mal sagen, und viele, äh, Schläge und Tritte und so weiter, nur klar, ich hab jetzt da kein Technikfeuerwerk erwartet, schon eine Schlacht, das war's auch, ähm, aber wie gesagt, dafür war es mir einfach zu, zu behäbig, und, und, ähm, zu vorhersehbar auch irgendwo alles, der Taker war dann doch zum Glück relativ dominant, auch das musste natürlich sein, und, äh, Shane halt mit diesem Spot-Wrestling, auch das war ja zu erwarten, das gab's auch in diesem Match, aber genau wie Benjamin schon gesagt hast, irgendwie, irgendwie hat's, hat's dann nicht so gefunkt, also irgendwie weiß er nicht, also es war dann wirklich noch der, der, der Coast-to-Coast, der mich noch so ein bisschen geflasht hat, obwohl er auch ein bisschen kurz, Genau, der war halt auch ein bisschen kurz, gesprungen dann, ne, ich mein, gut, der ist auch nun mal weit, aber, ähm, auch da war dann nicht so ein, so ein Mark-Out-Moment, sag ich mal, und, ähm, ja, dann eben das, dass er da den, den Käfig geöffnet hat, praktisch Shane, auch das war dann halt wieder sehr vorhersehbar einfach, also, dann finde ich, wäre der Spot viel krasser gekommen, hätte man das vorher nicht gebracht, mit, mit diesem, ähm, mit der, mit der Schere da, mit der Metallschere, wie er das Ding da abknipst, ähm, und, äh, ja, eben, dass es dann wieder auf die deutschen Kommentatoren ging, äh, ist mir auch aufgefallen, äh, war schon so ein bisschen der, der Evergreen da immer wieder, ähm, dann dieser, dieser Spot auf dem Podest, der war halt auch sehr vorhersehbar, weil man vorher alle drei Kommentatoren-Tische abräumt, äh, dass da noch irgendwas passiert, also, das war vielleicht irgendwo der Punkt, der mich so stört halt, einmal das Tempo, und einmal dieses sehr vorhersehbare, wirklich immer wieder auf diesen Spot aufbauen, der dann eben kam, und der dann eben nicht für diesen, für diesen Mark-Out-Moment gesorgt hat, dass man denkt, boah, krass, bis auf natürlich den, den Elbow-Drop von, vom, vom Dach, klar, der war natürlich schon krass, ähm, aber das war eben auch wieder das, was man eben erwartet hat, also, wir wussten alle, es kommt dieser eine große Spot, der kam dann auch, und dann war es irgendwo enttäuschend, also, Taker rollt sich weg, packt sich Shane, holt ihn in den Ring, Tombstone, und das war es, also, auch da wieder, der, der Sieger, finde ich halt, wie generell bei dieser Mania immer recht unkreativ, und eigentlich das, was man erwartet hat, und das war halt nie, bisher zumindest, das will jetzt nicht vorweggreifen, eine große Überraschung in, in den Matchausgängen, also, dass der Taker das natürlich gewinnt, vom Körper, war uns halt allen klar, aber wir haben uns halt alle gefragt, wie schaffen sie es, das Ganze zu drehen, äh, storytechnisch sehe ich das auch ähnlich, da wird noch was kommen, weil, sonst wäre das ja komplett für die Cuts gewesen, dass man die Story so, ja, langsam und lange halt aufbaut, und am Ende gewinnt der Taker einfach doch, wie er zu erwarten war, und das war es, also, das kann ja auch nicht sein, deswegen wäre ich sternemäßig da auch, bei, ja, wie sagt Alex immer, wenn ich gut drauf bin, bei dreieinhalb Sternen, ähm, momentan bin ich nicht ganz so gut drauf, deswegen sage ich drei, drei Viertel. Okay, also, ich, ich sag's, äh, wieder, die Meinungen gehen hier krass auseinander, aber im Endeffekt, ähm, finde ich, dass das Match von dieser, behäbigen, äh, Schnelligkeit gelebt hat, also, ich hab hier kein, äh, schnelles Match erwartet, sondern es war einfach ein Match-Story-lastiges, Match-Psychologie-lastiges, langsames, intensives und episches Match, und wenn man in dieser Match-Story und auch in dieser Atmosphäre drinnen war, dann hat man's richtig gefeiert, äh, ich kenne auch viele, die den Match 4, äh, Halb, äh, Sterne gegeben haben, und, äh, ich bin auch jemand von diesen Leuten, finden viele übertrieben, aber das, äh, verstehe ich eben auch, wenn man nicht in dieser, in dieser Atmosphäre drin war. Wenn ich jetzt hier aber lese, ich solle doch nach sachlichen Kriterien bewerten, dann kann ich mir gleich meine Review sparen, weil wenn ich, äh, über sachliche Kriterien rede, kann ich gleich meine Meinung wegstecken, ja? Also, es ist hier natürlich meine Meinung, aber ihr müsst auch mal lernen, andere Meinungen zu akzeptieren, und zu sagen, okay, das ist seine Sternebewertung, meine sieht anders aus. Also, deswegen sind wir auch zu viert, weil wir vier verschiedene Meinungen reinbringen wollen, ganz einfach. Und, äh, ich übertreibe vielleicht, äh, für viele, aber, äh, ich übertreibe vielleicht auch manche, äh, für manche nicht. Oder ich untertreibe auch für manche. Also, es ist einfach subjektiv, und die verschiedenen Geschmäcker sind doch das, was, äh, am Ende die Diskussion so, unglaublich interessant macht. Also, bleibt da bitte respektvoll, ihr habt eure Meinung, lasst andere ihre Meinung haben, und nach sachlichen Kriterien Match zu bewerten, finde ich sowieso Schwachsinn, wenn ich dann Leute sehe, die dann sagen, ja, es gibt einen Bereich Matchtechnik, dann nehmen wir noch die Atmosphäre mit rein, dann, äh, die Intensität, dann denke ich mir, so bewertest du kein Mensch, äh, kein Match, weil das verschiedene Stile sind. Du kannst nicht ein technisches Match und ein, äh, so ein Match wie Shane gegen Taker mit den gleichen Kriterien bewerten. Und von daher finde ich das ziemlich einen Schwachsinn, zu sagen, wir bewerten nach sachlichen Kriterien, äh, weil man das einfach bei einem Match nicht so machen kann. Du guckst dir ein Match an, gehst nach deinen Emotionen und sagst dann, in Sternen ausgedrückt, wie viel dir dieses Match, äh, wert ist, oder wie es dir gefallen hat. Und, äh, die, die drei Review-Partner hier von mir, die sagen eben, es hat ihnen nicht so krass gefallen. Ich persönlich sage, es hat mir ziemlich krass gefallen. Also, hier gehen eben die Meinungen, wie gesagt, sehr krass auseinander. Und es ist natürlich auch ein kontroverses Match, was hier stattgefunden hat. Shane gegen Taker, ich denke auch, dass es noch was geben wird bei Raw. Und, dass man einfach hier noch ein bisschen was, äh, drumrum aufbaut. Denn ich denke nicht, dass ein Shane McMahon einfach jetzt da war, dass man diese Vorfreude aufgebaut hat und dass das dann, äh, alles war. Also, ich denke schon, dass uns Raw heute Nacht umhauen wird und dass es auch die negativ gestimmten Leute, äh, wieder in gewisser Weise umhauen wird. Gehen wir zum vorletzten Match des Abends, würde ich sagen. Und zwar, zu... Bitte? Nicht wirklich. Es gab noch drei Matches. Habe ich was vergessen? The Rock und die Battle Royale. Oh, stimmt. The Rock hatte ja ein Match. Das habe ich ganz vergessen. Jetzt gehen wir erst mal zur Battle Royale. Und zwar, die Andre the Giant Memorial Battle Royale, wie gesagt. Ich war noch völlig geflasht vom Taker Match, muss ich sagen. Denn, also, da war ich halt einfach emotional so komplett drin und von der Atmosphäre so gefesselt, dass ich erst mal so, äh, die Battle Royale gar nicht mitbekommen habe. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass, ähm, Baron Corbin hier im Match war, muss ich sagen. Also, das habe ich erst gar nicht gemerkt. Ähm, es waren so viele Jobber dabei. Tatanka war drin, was ich cool fand. DDP war auch am Start. Und Shaq O'Neal. Ohne meine Kumpels hier hätte ich nicht mal gecheckt, wer Shaq O'Neal ist. Der ist anscheinend ein Basketballer, aber was hat der hier zu suchen? Das habe ich absolut nicht gecheckt. Das war wieder dieses typische Mainstream-Warn-Ding, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Und, Baron Corbin gewinnt tatsächlich die Battle Royale. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Habe ich nicht gepeilt, dass er dabei war. Äh, äh, eliminiert dann den letzten und ich fand das so geil, als ich das gesehen habe, weil es halt für mich eine komplette Überraschung war. Das war vom Match her überhaupt nichts. Aber, ich finde es super, Baron Corbin hier als Sieger hinzustellen. Wieso nicht? Es ist geil, um ihn reinzubringen. Und es war eben jetzt der Start seines Main-Roster-Runs. Und Carsten ist ja auch riesiger Baron Corbin-Ferr. Ich denke, dem hat das auch gefallen. Also, ich finde das Szenario, Baron Corbin hier gewinnen zu lassen, nicht schlecht, da er sich ja auch bei NXT verbessert hat. Und, äh, ich hatte damit überhaupt kein Problem. Vom Match her war das ein gesehen und vergessen Kandidat. Ja, aber ich finde, die WWE hat diesmal bei Booking auf jeden Fall was richtig gemacht bei dem Match, weil, da kam ja erst die ganze Gruppe von Leuten rein, die eigentlich ja alle so die Jobber sind für das Match. Die kamen alle auf einmal rein, ohne ihre Entrance-Music. Und dann kamen die besonderen Leute und bei dieser großen Gruppe war halt Baron Corbin dabei. Und dann kam halt ein Mark Henry, ein Kane, ein Big Show, O'Neill hatte auch seinen eigenen Entrance, DDP hat, glaube ich, sogar auch genau, und halt diese Sorte von Leuten. Und dann ging das halt auch unter. Ich denke, wenn man Baron Corbin direkt seinen eigenen Entrance gegeben hätte, hätten sich alle denken können, ja, das NXT-Talent kann's jetzt holen. Aber der kam einfach mit dieser Jobber-Masse hinein und das finde ich haben die richtig gut gemacht, das gefiel mir in dem Moment gut. Ich glaube, Shaquille O'Neill war doch in den letzten Jahren öfter schon bei der WWE und ich denke mal, ach, keine Ahnung, der ist halt groß, ne? Battle Royale, große Leute sind krass und so. Er ist einiges größer als Big Show, obwohl Big Show ja schon immer hochhackige Schuhe tragen muss, damit der auf seine 7-Foot kommt. Ja, und, keine Ahnung, das hat mich aber jetzt nicht so gejuckt. Ich fand's einfach nur geil, dass Baron Corbin gewonnen hat. Ich war ja eigentlich nie so der Fan. Ich finde, aber in den letzten Wochen hat er sich eigentlich echt gut gemacht, so, was bei NXT abging, gefielte mir eigentlich immer besser und für sowas ist die Battle Royale da, auf jeden Fall. Letztes Jahr Big Show gewonnen, fand ich ja lächerlich, hab ich mich noch in der Preview aufgeregt und dass sie jetzt einfach so ein frisches NXT-Talent gewonnen hat, fand ich genau passend und deswegen fand ich's vom Booking richtig. Die Battle Royale war, wie man sich schon denken könnte, natürlich nichts Besonderes und naja, aber darum ging's auch nicht. Es ging darum, was daraus entstanden ist, ne? Ja, also ich fand die Battle Royale an sich vom Match natürlich auch eher, ja, 0815, also Standard, aber das war wirklich, glaube ich, das einzige Mal an dem Abend, wo die WWE was richtig, um mich fast schon zu sagen, perfekt gebuckt hat. Denn Corbin war ja einfach unscheinbar in dem Match und hat dann eben zum Schluss opportunistisch, wie er halt dann war, einfach die perfekte Gelegenheit ausgenutzt, auch um seinen Heal-Charakter nochmal darzustellen und hat dann wirklich die Battle Royale gewonnen und hat doch wirklich viel, viel Pops auch bekommen. Also es gab ja auch dann NXT Chains und genau so bringst du Leute von NXT ins Main Roster gleich direkt mal mit dem Push und dementsprechend hab ich's überhaupt nicht schlimm gefunden, dass hier Ares dann bei TakeOver Dallas ja Baron Corbin besiegt hat, weil so hat der Corbin wieder seinen Status relativiert und ist jetzt wirklich Sieger der Battle Royale, kann sich mit dieser Trophäe gleich mal hier brüsten und vielleicht sehen wir ja auch gleich bei der Raw Nachmania mehr von ihm, vielleicht eine Promo oder so und genau so bringst du ihn ins Main Roster und bringst ihn automatisch oben und hast sofort den Fokus auf ihn, weil du gerade auf der größten Bühne von der WWE Main Shows wirklich alle Leute ihn gesehen haben und sie wissen, oh, da hat ein Neuer die Battle Royale gewonnen, auf den müssen wir aufpassen. Und das war vom Booking ja eigentlich nahezu perfekt und nochmal hier vom Booking-Standpunkt selbst die beste Entscheidung bei dieser Mania. Ja, also sehe ich ähnlich, hat mich natürlich sehr gefreut, wie Jonathan schon angedeutet hat, war auch wirklich überrascht, also hätte ich echt nicht gedacht, hat mich dann auch gefreut, wo ich ihn überhaupt erblickt habe im Match, wie so einige halt, also selbst den Kommentatoren sind ja da viele erst mitten im Match aufgefallen, wer dann doch alles dabei war, überraschenderweise. Und ja, diesen ganzen Spot mit Big Show und Shaquille O'Neal da und auch Kane spielt ja dann am Anfang da eine Rolle, das war halt das, was man zu erwarten hatte, war dann halt auch froh, dass das Ganze relativ zügig von allen eliminiert wurde, also sprich Big Show und Shaquille wird wahrscheinlich da auch irgendwie eine hochinteressante Story werden, die da weitergeht für uns alle. Ja, ansonsten Social Outcast hatten hier einen Spot mit ihrer Siegerrunde, bevor sie dann eben doch eliminiert wurden von Henry, den ich auch irgendwie lange Zeit im Match überhaupt nicht mehr gesehen hatte. Der hat dann auch leider eben meinen Tipp Tyler Breeze doch rausgeworfen und dann dachte ich halt schon, okay, jetzt geht man halt doch diese Richtung, dass man ihm hier das Abschiedsgeschenk gibt, wurde es dann eben doch nicht. Dann dachte ich, okay, jetzt ziehen sie das eiskalt durch und geben Kane den Sieg bei der Geschichte und dann habe ich mich halt dann doch noch über dieses Match gefreut in dem Sinne, weil klar, Matchqualitativ hat man da jetzt nicht zu erwarten, das ist auch eine Battle Royale-Nummer nicht dafür da. Aber über den Sieger freue ich mich und hoffe dann, dass dieses überraschende Main-Roster-Lebüt jetzt für Corbin erfolgreich weitergeht, dass man das Ganze ein bisschen aufzieht damit und er eben auch sein Heal-Gimmick eben darüber ein bisschen mehr definieren kann für das Main-Publikum. Genau. Also ich hoffe einfach, dass die WWE es nicht verpasst, mit Corbin einen neuen Mid-Card-Star aufzubauen. Ich denke, Corbin ist in der Mid-Card ganz gut aufgehoben. Er ist jetzt nicht super talentiert oder so. Ich sehe ihm auch in ihm auf keinen Fall einen Main-Eventer oder so. Aber er hat sich verbessert und ich denke, dieser Lone-Wolf-Charakter hat Potenzial. Wenn man da jetzt ein bisschen was mit macht, finde ich das nicht schlecht. Und Carsten feiert den natürlich ab. Ich finde ihn jetzt nicht so prickelnd, aber hat man hier ganz gut gelöst, denke ich. Und jetzt kommen wir zu einem Segment, was auf jeden Fall teilweise sehr Facepalm-würdig war, fand ich. Ja gut. Erstmal kamen natürlich Cheerleader raus. Man gönnt sich ja sonst nichts. Irgendwelche aus Texas waren natürlich alle super hübsch, aber warum bitte? Warum waren da jetzt Cheerleader? Das check ich noch nicht so ganz okay. The Rock kam dann raus. War natürlich zu erwarten, dass The Rock kommt. Er spielt mit einem Flammenwerfer rum, hat alles ganz cool gewirkt, aber diese Zeit, die der bekommen hat, da dachte ich mir echt, WTF, der hat eine halbe Stunde von der Show bekommen, ne? Eine halbe Stunde. Das hättest du in 10 Minuten abhandeln können, maximal, und hättest dann einfach aus Lesnar und Amgross ein halbstündiges Streetfight-Match machen können. Aber nein, man hat das Zeitmanagement einfach so schwachsinnig gestaltet. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Er kündigt an, dass 101.700, 63.000 Zuschauer waren, glaube ich, waren es, glaube ich, da waren und damit der All-Time-Attendance-Record von Wrestlemania gebrochen wurde. Das ist jetzt so die Frage. Also, Brian Alvarez vom Wrestling Observer hat gesagt, dass tatsächlich nur 85.000 in der Halle waren. Das WBE hier sehr krass gelogen hat, mal wieder. Aber das mag ich jetzt noch nicht zu beurteilen. Ich habe nur eine Quelle und das ist Brian Alvarez. und von daher ist das noch nicht irgendwie groß bestätigt oder so. Von daher, wir gehen jetzt einfach nur mal davon aus, dass es plus 100.000 waren und finde ich auf jeden Fall cool. Die WWE hat das quasi geschafft. Im Endeffekt will Rock dann gerade weiterreden und ich dachte mir schon, bitte nicht, Alter. Bringt jetzt einfach den Main Event und beendet diese Show. Aber dann kam die Wyatt Family raus. Es gab ein Promo-Duell zwischen The Rock und den Wyatts. Rowan gegen The Rock hatten dann tatsächlich auch noch ein Match, was The Rock mit dem Rock Bottom ziemlich schnell gewinnen konnte. Er squashed Rowan also weg. Die Wyatts wollen dann Rock angreifen und quasi ein, äh, umzingeln. Genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Da kommt John Cena raus, macht sein Comeback und macht auch den Save für The Rock. Beide fertigen die Wyatts ab und das war auch so ein Segment, also ich weiß nicht. Das ist auch wieder so 50-50. Ich fand es einmal Zeitverschwendung natürlich. Das Zeitmanagement war hier auch wieder sehr, sehr schwach. Allerdings muss man halt auch sehen, dass man vielleicht ein potenzielles Wyatts gegen Rock Match hier aufgebaut hat oder angefangen hat aufzubauen. Man weiß natürlich nie, ob es kommt oder nicht, aber ich fände Rock gegen Wyatt sehr, sehr geil und ich muss immer wieder weinen oder das ist natürlich übertrieben gesagt, aber ich finde es halt einfach so enttäuschend, was WWE mit einem Bray Wyatt macht. Das ist halt einfach nichts, was man hier noch an Wyatts Momentum verspürt. Also der Typ kann verlieren, aber wenn man ständig bei Pay-Per-Views verliert, wie es ein Wyatt getan hat in der letzten Zeit, dann ist die Kredibilität einfach nicht mehr vorhanden und Wyatt ist vom Momentum her ganz weit unten durch. Wenn er hier eine Fede gegen The Rock hat und die gewinnt, kann ich mir vorstellen, dass es wieder bergauf geht, aber mittlerweile habe ich echt fast die Hoffnung verloren, also muss ich ganz ehrlich sagen und es ist halt einfach total schade, das zu sehen. Das Segment war für mich absolut Zeitverschwendung teilweise sogar. Ich hoffe einfach auf ein Wyatt gegen Rock-Match, aber mehr will ich dazu auch gar nicht loswerden. Du denkst einfach Wyatt könnte gegen The Rock gewinnen, das ist schon fraglich. Das ganze Segment... Wo kommt die her, frage ich mich. Das ganze Segment fand ich relativ fraglich. Ja, The Rock muss auch unbedingt den Flammenwerfer rausholen. Ich meine, ich feiere The Rock, ich mag die Filme, ich mochte ihn als Wrestler, ich fand ihn cool, der hatte coole Matches, ja, schön und gut. Naja, die klassische Promo, dass er sagt, wie toll alle Menschen um ihn rum sind, dass alle da sind, ist mir auch relativ schnuppe, wenn er nicht so viel Zeit verschwendet hätte. Dann kam aber zwischendurch der Punkt, als Bray Wyatt rauskam, wo ich dachte, oh shit, das könnte jetzt sogar gut werden, weil bringt The Rock ihn etwa ein bisschen over. Er fing an von wegen, ja Bray, du hast alles, du hast die In-Ring-Ability und guck mal, gerade haben einfach 100.000 Leute ihre Handylichter extra für dich angemacht und so und ich so, ey yo, er redet ihnen ein bisschen gut. Das tut einem Bray Wyatt gut, wo er einfach so die letzten Jahre nur geburriert wurde, dauerhaft. Und worin endet es, dass Eric Rowan in sechs Sekunden gegen The Rock verliert. Ich erwähne kurz die Go-Home-Show von SmackDown. Und da musste Dean Ambrose 15 Minuten lang alles geben, um einen Sieg gegen Rowan rauszuholen. The Rock braucht sechs Sekunden, wie gesagt, Rowan ist halt die Bitch von der Wyatt Family, die sich immer hinlegen darf und fand ich schon mal unnötig, nur um noch einen Rekord zu brechen. Als dann halt Cena rauskam, kommt natürlich das Déjà-vu. Cena hat ja schon mal auch irgendwo einen Bray Wyatt noch mehr geburriert und die Wyatt Family wird abgefertigt, die Wyatt Family geht raus, die Wyatt Family steht, finde ich, noch schlechter da, als sie sowieso schon da standen und yay, Cena ist weg, ich freue mich so doll und keine Ahnung, ich war enttäuscht und im Endeffekt war es dann halt irgendwie schon nach fünf, es war irgendwie schon kurz nach fünf und ich dachte, ihr wolltet bis fünf machen, hier fehlt noch ein Main Event, so wie kann man so ein schlechtes Timing haben, Leute, und ja, viel zu viel Zeit verschwendet, nur um talentierte Leute zu burien. Wo soll ich anfangen? Ja, ich fand das das Ganze, das war eine halbe Stunde, die du locker hättest woanders investieren können beziehungsweise die du einfach von der Show hättest abziehen können, die ja sowieso fast eine ganze Stunde zu lang ging und nachdem ihr The Rock seit seiner Rücke sowieso nur mehr am Sack geht, weil er hat sich wieder die G-Pops abgeholt, hat der Dallas wieder in den Arsch gekrochen ohne Ende und hat auch dann noch den Rekord hier angekündigt, habe ich mir gedacht, okay, solange du jetzt wieder gehst, hast du eine kurze Promo gehalten, hast du einen Flammenwerfer fand ich auch, ja, Selbstbeweiheueräucherung, als er seinen Namen angezündet hat, wenn er drauf Bock hat, soll er machen, ja, bis dahin war es noch okay und dann kam Bray Wyatt und dachte mir, auch wie Alex, das könnte eigentlich ganz geil werden und das Promo-Duell hat eigentlich gut angefangen, Bray Wyatt hat mir hier am Mikrofon sehr, sehr gefallen und auch The Rock hat einen guten Start hingelegt und das ist was, was mir bei The Rock schon immer ein bisschen gestört hat, dass er teilweise manche ernst gemeinte Fäden doch zu ins Lächerliche zieht mit seinen Catchphrases und seinen teilweise lächerlichen Vergleichen und dass er dann noch irgendwie die ganze Wild-Family geburriert wurde mit einem komplett irgendwie random Comeback von Cena, du hättest den Cena so viel besser zurückbringen können, aber nur um einen weiteren, ja, ich sag jetzt mal Feel-Good-Moment zu haben, bringst du auch einmal Cena random zurück und du buryst einfach Bray Wyatt und seine ganze Family noch mehr als es eh schon war, nur um einen WrestleMania-Moment zu kreieren, der sowieso nur in meinen Augen Zeitverschwendung war, also ein Cena, wenn dann The Rock kommt und 10 Minuten redet, dann geht er wieder, alles okay, aber Wyatt hier so zu begraben, einen Cena wirklich auch ein Comeback so zu verschwenden, auch meiner Meinung nach, das ist was, was für mich gar nicht geht und das war für mich fast sogar das größte Lowlight oder fast sogar noch die größere Frechheit an der ganzen Show, sogar noch eine größere Frechheit als das Ambrose-Lessner-Match, das zumindest ja für die Zeit eigentlich noch ganz gut wurde. Auf jeden Fall, also es war wirklich eine, ich finde auch eine absolute Zeitverschwendung und das Potenzial, auch hier gilt es wieder immer das Gleiche, man hatte da schon eine Menge Potenzial, auch mit diesem Segment eigentlich, also es fing halt wirklich an mit dieser typischen Rock-Promo, okay, Flammenwerfer und so weiter und so fort, hat halt, ja, einfach wieder mal seine typische Promo halt gehalten und der war halt derjenige, der da den Rekord verkunden durfte, woran ich jetzt auch eigentlich mal nicht zweifle, weil ich glaube nicht, dass da von der anderen Quelle da mit 85.000 irgendwie durchgezählt wurde und der in jedem Eingang stand, also von daher glaube ich jetzt einfach mal der WWE, dass sie da jetzt zumindest nicht so groß übertrieben verarscht und ja, ansonsten, wo die White Family rauskam, ging es mir ähnlich, dachte auch, okay, das kann gut werden, vor allen Dingen kann Bray jetzt mal wirklich zeigen, was er am Mike kann und ebenbürtig mit einem The Rock ist und ja, im Prinzip wurde er dann einfach nur noch verarscht wie die ganze White Family und wieder absolut ins Lächerliche gezogen und ich frage mich halt, warum? Also einen Rock braucht man jetzt hier nicht irgendwie aufbauen, man weiß, okay, er ist gut am Mike, klar, aber man hätte eben hier wieder auch eine Chance nutzen können, dass man Bray zumindest ebenbürtig darstellt und ihn damit einfach pusht und das hat man hier wieder absolut versaut, indem man The Rock einfach wieder nur super krass dastehen lässt und dass er halt am Mike der allerbeste von allen ist und das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht, dass man ihn da wirklich so ins Lächerliche damit zieht. Als dann diese ganze Match-Ansetzung gestartet ist, da dachte ich mir auch noch, auch da dachte ich wieder an dieses Potenzial, das einfach da wäre, weil ich halt wusste, dass Bray selbst das Match nicht worken kann, weil er ja verletzt ist, dachte ich noch, okay, vielleicht jetzt einfach so out of nowhere auf einmal kommt der Bella Club oder so und zieht ordentlich Heat und greifen The Rock an und Finn Bella bestreitet das Match oder sowas in der Art. Also auch da hätte man irgendeinen Schocker haben können, wo dann eben, also die WWE dachte sich wohl, der Schocker ist, The Rock bestreitet jetzt doch auf einmal hier ein Match. Wow, da waren wir natürlich alle aus dem Häuschen, diesen Rock Bottom dann im Match und das war es ja eben. und dann natürlich auch noch dann die Geschichte mit Cena, auch da dachte ich noch, okay, dann rettet es jetzt wenigstens und lasst ihn endlich heel turnen, macht es doch dann endlich. Und selbst das kam dann nicht, also es war wirklich, es war wieder mal eine Enttäuschung nach der nächsten, man dachte, komm, jetzt reißt das Ruder rum, schockt mich sozusagen oder schockt uns alle und auch das kam nicht, also dann einfach zum Schluss, welcome back, if you smell, Umarmung und das war es, also absolut lächerlich. Auf jeden Fall, also das Segment, ich hoffe halt immer noch auf eine Fede zwischen Wyatt und Rock, aber was man mittlerweile mit Bray Wyatt anstellt, ist die absolute Frechheit und einfach ein, also es ist einfach eine Frechheit, wie es Alex gesagt hat. Weißt du, was die größte Frechheit ist? The Rock zählt halt erst die guten Eigenschaften von Wyatt auf, also man merkt, irgendjemand hat die doch erkannt und dann wird er trotzdem geburriert. Und ich wünsche mir keine Fede zwischen den beiden, weil The Rock die gewinnt und Wyatt halt, keine Ahnung, du musst halt immer tiefer buddeln, irgendwann kommst du in China wieder raus. Ja, ja, das ist schon was Wahres dran. Aber gut, ich würde sagen, das war's von uns zum Segment hier und wir gehen zum Main Event. Von einem Lowlight zum nächsten, yay. Oh shit, naja gut, wir werden das Ganze einfach besprechen müssen. Roman Reigns gegen Triple Age, ein Main Event, den so gut wie niemand sehen wollte. Es hat mich interessiert, sag ich mal, weil es halt einfach der Main Event von Wrestlemania ist, weil ich dachte, es kommt irgendwas krasses an einem Szenario, weil man Reigns nicht clean gewinnen lassen kann und nicht oben stehen lassen kann als Face. Ich hab mir einen Heal-Turn erwartet, ich hab mir so viele Szenarien ausgemalt und so weiter. Roman Reigns hier jetzt das zweite Mal in Folge bei Wrestlemania zu Unrecht im Main Event. Die Fans nehmen es nicht an und WWE spielt dieses Szenario einfach durch und sie ignorieren die Fans, was mich einfach langsam wütend macht. Es macht mich einfach sowas von wütend und es ist schrecklich. Einfach nur schrecklich, aber gut, wir fangen von vorne an. Triple H gegen Reigns, es ging um den WWE World Heavyweight Champion Titel. Der Entrance von Triple H, das muss ich hier nochmal sagen, war vielleicht der beste Entrance aller Zeiten. Wrestlemania Entrance vielleicht. Also was da für eine Atmosphäre in der Halle war und diese Zombies, die für die Fans standen, die Stage mit Steph und diese epische Promo, dass alle unter Steph stehen und so weiter, das Licht, holy shit, also das war unfassbar episch. Also ich war wirklich blown away, weggehauen, da hat alles gestimmt und das war echt mein Entrance quasi. Hat mich auch an diese Authority-Rolle von Lucha Underground erinnert mit Katrina, die eben hier Stephanie McMahon sehr geähnelt hat und ich finde den Charakter bei Lucha Underground sehr, sehr geil. Von daher finde ich ihn hier auch bei WWE sehr, sehr gut und also das war auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant vom Einzug her. Reigns Entrance war auch ganz cool, war natürlich übertrieben mit den Pyro und so weiter. Naja, er wurde eben wieder krass ausgebucht. Stephanie McMahon greift ins Match ein, es gibt den Low Blow, Triple H ist übrigens in der Form seines Lebens gewesen, das muss man ja auch mal anmerken. Es gab den Speer durch die Barrikade außerhalb des Matches, aber ich war einfach, egal was passiert war, ich war oder was passiert ist, ich war nicht in diesem Match drinnen. Es hat mich nicht begeistern können und es hat sich einfach nicht angeführt wie ein Wrestlemania Main Event. Das war eine falsche Reigns Darstellung mal wieder, der hier in dieser Underdog Match Story war und es hat sich nicht angeführt wie ein Wrestlemania Main Event. Es gab dann den Speer gegen Stephanie, sie zieht den Ref raus, Speer ans, genau der Pedigree hat dann gefolgt oder ist dann gefolgt, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Im Endeffekt gab sie wieder den Kickout, ein weiteres Speer von Reigns und er gewinnt den WWE Titel und ich war einfach nicht im Match. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, ich habe einfach nur noch, ich fand es einfach lächerlich. Ich habe nur noch gelacht und dachte mir, das kann eigentlich so nicht ihr ernst sein und es ist ein vorhersehbares Scheißbooking, muss ich ganz ehrlich so sagen. Das Match war gut, von der Qualität her war das Match gut, aber was man da schon wieder gemacht hat, das war vom Ende her absolut schrecklich und ein absolut dummer Booking Move, das in den Main Event zu stellen. Es war am Ende trotzdem nicht so, wie Benjamin das prophezeit hat, sondern es war tatsächlich im Main Event dieses Match und es war einfach falsch. Ich hätte es, genau wie Benjamin gesagt hat, schon vor drei Wochen hat er das gesagt, ich hätte es einfach hinter oder ich hätte es vor Shane gegen Taker gestellt, weil Shane gegen Taker hat mich einfach umgehauen, das Match. Ich war grandios und dann kommt so ein Main Event, also boah, es war die komplette Enttäuschung und es, also bei Raw muss was kommen. Ich kann nicht damit leben, dass Reigns hier einen Face Run bekommt mit dem Charakter, den er gerade hat. Das funktioniert nicht und die WWE kann ihre Fans nicht so ignorieren, wie sie es gerade tun, denn ich halte das für respektlos mittlerweile und ich fand das einfach nur von vorne bis hinten komplett lächerlich. Im Endeffekt ist Reigns doch kein Face, oder? Ich meine, wenn hunderttausend Leute dich ausbuhen und dein Gegner... Das war ja schon von den Reaktionen. ...dein Gegner bejubeln, kann man sowas nicht mehr offiziell Face nennen, keine Ahnung. Also erstmal der Entrance von Triple H gefiel mir auch saugut, ja, war auf jeden Fall das Highlight an der ganzen Sache. Das Match ging einfach 27 Minuten, sowas muss man sich einfach mal vor Augen halten für so ein Match, keine Ahnung, zweieinhalb Sterne oder so. Ähm, und ja, es war halt diese Standard-Story, es ging mir auf den Sack, ich war natürlich auch nicht im Match drin, lag halt unter anderem auch daran, weil man eh wusste, was passieren wird. Ich hatte zwar ganz Zeit, oh, ich hatte so Hoffnung, ne, ich hab mir ganz Zeit Sachen eingebildet, so Sachen gehofft, zum Beispiel nach dem Spear gegen Steph, wie ich einfach gebetet hab, dass Triple H anfängt auf Reigns einfach nur einzuprügeln oder irgendwelche Waffen rausholt oder sowas, sein Hammer kam er später und dann gar nicht zum Einsatz und, boah, ich hab so Dinge einfach gehofft, aber im Endeffekt kam es so, wie es kommen musste, ne. Reigns ist total overpowered, kriegt, kriegt was auf die Eier, ja, ähm, aber juckt ihn am Ende nicht und, äh, ja, kriegt den Pedigree, juckt ihn aber am Ende auch nicht und gewinnt mit seinem zweiten Spear und das war einfach so kacke, es war so ein Lowlight. So ein Match überhaupt, äh, zu einem WrestleMania-Main-Event zu machen, ist eine Frechheit. Ich mein, Triple H ist langsam auch, ne, am Ende seiner, seiner Wrestling-Karriere angekommen, vom Alter her und war auch in seiner absoluten Prime nie der beste Worker und ein Reigns ist halt auch ziemlich kacke im Ring und drumherum, weil das Gimmick gar nicht funktioniert und alles, äh, halt kein super Gesamtpaket und sowas in, äh, in den Main-Event zu stellen bei WrestleMania finde ich echt schon schwach und, ähm, ich fand halt geil, das Match ging los, ding, ding, ding und du siehst im Hintergrund, wie einfach ein paar Zuschauer aufstehen und aus der Halle rausgehen und ich konnte es einfach schon feiern, wie sie einfach gehen und ich denke, man hat auch schon gemerkt, dass am Ende die Roman Reigns-Musik lauter als sonst abgespielt wurde und die Zuschauerreaktion ein wenig leiser als sonst abgespielt wurde. Auf jeden Fall, die haben sie ganz klar. Haben die mal wieder krass dran rumgeschraubt, weil die sich nicht eingestehen wollen oder was auch immer und ich finde es einfach lächerlich, uns sowas anzubieten und es war einfach der Abschluss für eine Kack-Wrestlemania. Äh, ja, kann ich wirklich so unterschreiben. Es ist, äh, boah, also 27 Minuten gegen das Match, 10 Minuten weniger, hätten es mal mindestens locker getan. Äh, das war ein wirklich grauenhafter Main-Event vom Match-Technischen selbst. Es gab bis auf, äh, den Spear durch die Barrikade und den Spear gegen Steph, wo ich mal kurz so gesagt habe, okay, das ist geil, das war eine geile Aktion, das fahre ich ab. Vor allem, dass Steph wirklich den Spear, wie ein Kerl, gesagt, genommen hat, weil Reigns hat er da schön durchgezogen, kann man durchaus so sagen. Das einzige Highlight war, nicht hier im Match, sondern vor dem Match, Steph, weil nicht nur die Promo gut war, sondern wenn ich ein paar Jahre älter wäre, Leute, also die würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Meine Fester, die war, die war... Selbst wenn ich so alt bin wie jetzt. Ey, ohne Witz, aber wir sprechen doch gar nicht den Entrance an. Also, ich fand den Entrance einfach so episch. Ja, da komme ich ja noch zu, Jonathan, ich war ja noch nicht fertig. Also, der Entrance war ja, wie du schon gesagt hast jetzt, er war ziemlich geil, vor allem auch mit der Totenkopfmaske am Anfang und dann siehst du halt Steph drunter, dann gibt es die tolle Promo und dann siehst du halt, wie Triple H aus dem Licht halt rausgeht an den Zombies vorbei, die alle so einen WW-Titel dann gehalten haben. Das war von... Das war wirklich Main-Event-würdig, diese Entrance. Reigns hatte halt ein Standard-Entrance mit 100 Kilo Pyro, mehr war das für mich nicht. Und ja, aber Match war eine Frechheit. Also, es war noch schlechter als Triple H gegen Orton, WrestleMania 25 und das war für mich schon ein sauschlechter Main-Event. Also, ich habe auch noch nie wirklich mit Triple H was anfangen können im Ring. In Singles-Matches ist er mir zum Teil auch da irgendwie zu eintönig und in diesem Match hat sich das auch wieder hier bestätigt. Die beiden haben auch keine Chemie miteinander gehabt. Vielleicht hätte es eine Stipulation noch ein bisschen aufgewertet, aber auch nur minimal. Und das mit dem Sledgehammer, das war dann irgendwie komplett random. Da hatte man auch nie einen Bezug dazu. Klar, es ist das Spielzeug von Triple H, aber das war es dann auch. Und dann gab es halt den Spear, dann wurde durchgezählt und die Fans gingen halt schon raus und es gab halt schallende Buchrufe und das ist von einem WrestleMania Main-Event, das ist absolut unwürdig. Und bei Raw muss wirklich was kommen. Also, ich habe ja schon in der Preview gesagt, wahrscheinlich enttäuschendste WWE wieder und sie fährt wirklich den billigsten, einfachsten und auch den enttäuschendsten Weg, nämlich, dass der Taker einfach gewinnt. Mal schauen, vielleicht gibt es bei Raw da noch was als Konsequenz oder auch nicht. Dass Lesnar einfach Ambrose zerstört, so ist es ebenfalls auch eingetroffen. Und auch Reigns gewinnt in einem absolut langweiligen Match hier ganz clean den Titel und die Show geht off-air. Also, die WWE hat uns nur da überrascht, wo es nicht wirklich nötig gewesen wäre, nämlich beim IC-Leather-Match, beim Jericho-Styles und bei den anderen Matches war eigentlich der Ausgang irgendwie vorher schon klar oder war zumindest langweilig. Und man hätte es einfach genau umdrehen müssen. Also, ich verstehe nicht, was die WWE dazu geritten hat, so eine Frechheit an WrestleMania wirklich anzubieten. Und ich muss sagen, ich bin wirklich pisst. Das war ich schon lange Zeit nicht mehr nach einer Mania oder generell nach einem Pay-Per-View. Aber das war für mich eine absolute Frechheit und für mich war generell die Mania gesamt gesehen einer der schlechtesten der letzten, wenn nicht sogar die schlechteste der letzten 15 Jahre. Ja. Also, komm. Ich finde sowieso, dass sich viele jetzt wegen diesem schrecklichen Ende runterziehen lassen. Wieso, ich fand die gesamte Mania nicht gut, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, das ist alles Stimmungssache. Ich sage es am Ende, aber jetzt erst mal Carsten. Ja, also ich fange auch erst mal mit dem Guten hier an, von diesem Main-Event, dem Entrance von Triple H und Steph. Also, das definitiv, auch mit dem Video davor. Und das, das passt da einfach wieder perfekt. Ich meine, Triple H generell immer bei Mania und auch Steph sehr gut hier wieder eingebunden und sah wirklich hot aus. Deswegen, das war wirklich geil gemacht. Und ich war auch da wirklich immer noch dann, oder ja, gehypt auf dieses Match. Ich hatte einfach auch hier an diesem Match Erwartungen. Und auch dann, auch den Reigns-Entrance, dachte ich mir auch noch, okay, komm, dann treibt es auf die Spitze. Na, das gehört alles dazu. So habt ihr es bisher immer gemacht. Und jetzt kommt irgendwas. Das ganze Match eigentlich, überhaupt ich das gedacht. Weil es war halt wieder so eindeutig, Triple H wieder mit ordentlich Pops am Anfang vom Match und Roman Sucks-Chance und so weiter und so fort. Also, es war wirklich alles für mich eindeutig, dass es wirklich so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird. Und die ganze Zeit habe ich eben drauf gewartet und es passierte eben nichts. Mitten im Match halt auch wieder hier die deutschen Kommentatoren mittendrin. Mal wieder, wie an diesem Abend so häufig, wurde Reigns ein paar Mal über das Pult geschmissen. Ja, also das war auch wieder ein bisschen auffällig. Und ansonsten war es halt wirklich genau das, was man befürchtet hat, was man in dem Punkt negativ erwartet hat. Und deswegen dachte ich die ganze Zeit, das ganze Match über, okay, jetzt kommt irgendwas, jetzt kommt Shield oder irgendetwas. Und selbst zum Schluss dann eben, wo der Sledgehammer halt eingesetzt wurde, da dachte ich auch noch, okay, jetzt wird Triple H hier dann doch irgendwie, um Heat zu ziehen, natürlich wieder mit unfairen Mitteln eingesetzt. Wobei das auch irgendwie, weiß nicht, komisch gebuckt war, fand ich, dass Steph dann da doch relativ fit war, um den Sledgehammer noch unterm Ring her zu suchen und ihn dann zu geben. Aber danach war sie wieder völlig weg vom Fenster. Fand ich auch ein bisschen komisch. Und ja, selbst wie gesagt, dann halt zwei Superman-Punches und der Spear und es wird durchgezählt. Und selbst dann dachte ich immer noch, okay, jetzt kommt irgendwas. Und selbst wo die Kommentatoren sagen, okay, das war's und schönen Abend noch und tschüss, selbst da dachte ich immer noch, jetzt kommt noch irgendetwas. Weil ihr habt eh schon so krass überzogen, jetzt ist es auch scheißegal. Und es kam einfach nicht. Von daher will ich jetzt nicht mehr sagen, dass ich Hoffnungen für die Raw habe. Ich bin, was das angeht, einfach so krass enttäuscht, was Potenzial, verschwendetes Potenzial angeht. Die Crowd war überhaupt nicht in diesem Match, war super gelangweilt, chanted Nakamura und ja, gegen Reigns. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Genau, ja. Also das ist doch einfach das Krasseste, dass sie dann noch nicht mal jetzt mehr gegen Reigns chanten, sondern wirklich komplett das Interesse an diesem Match verlieren und dann komplett andere Geschichten denken. Und von daher, wie gesagt, habe ich da jetzt auch nicht große Hoffnungen für die Raw, dass sie jetzt auf einmal das Ruder rumreißen weil das hätte man zumindest zum Teil bei Mania machen müssen. Man hat halt so viel Potenzial, so viele Storys, wo wir auch in der Preview drüber gesprochen haben, dass sie es bei ein, zwei Matches nicht machen, war auch ganz klar. Aber bei jedem Match, sorry, das geht einfach nicht. Ja, also im Endeffekt, der Main Event war schon sehr scheiße. Also das Match war nicht mal so schrecklich, aber da ich einfach nicht drin war, war es schrecklich. Und das Ende war schrecklich und das war unkreativ und das war einfach extrem grauenhaft gebuckt am Ende. Aber ich sage ganz ehrlich, ich fand die WrestleMania nicht eine der schlechtesten in den letzten 15 Jahren, weil das halte ich für absolut underrated. Ich sehe das sowieso sehr, sehr krass, dass es sehr auch vom Ende abhängt. Das war schon die letzten Jahre auch immer so, zum Beispiel bei WrestleMania 31, dass eben sehr, sehr viele auch extrem die WrestleMania überbewertet haben in den ersten Stunden danach, weil eben der Seth Rollins Cashin so krass war. Hier ist es eben ein richtig schwaches Ende und die WWE, also wie kann man so ein Ende booken? Im Endeffekt war die WrestleMania für mich, aber im Endeffekt insgesamt keine so schwache WrestleMania. Sie war eine durchschnittliche WrestleMania. Ich gebe einfach 7,5 von 10. Also es war Durchschnitt. Es war nicht gut. Es war aber auch nicht scheiße, fand ich. Denn es war halt einfach so eine komplett verrückte Show. Man hat so überzogen. Man hat fast fünf Stunden Main Show gehabt, was einfach zu viel war. Es war aber auch irgendwie komplett unterhaltsam. und ich habe nie irgendwie so eine langweilige Phase gehabt. Es hat mich von den Emotionen hoch und runter gerissen. Es waren Enttäuschungen natürlich dabei. Das Zeitmanagement war schrecklich, aber dafür hatten wir eine geile Matchqualität. Und der Main Event war so skurril, also so unreal hat er auch gewirkt. Gutes und schlechtes Booking. Es gab einfach alles bei dieser Show. Die Atmosphäre war krass. Es war auch einfach episch. Es gab einen unglaublich krassen Spot in einem unglaublich emotionalen Match. Und es war trotzdem hinter den Erwartungen. Also es war eine WrestleMania, die hinter den Erwartungen blieb, weil man eben das Potenzial nicht komplett genutzt hat. Und von daher, also wenn ich hier lese gerade im Chat, 4,5 maximal. Das ist ja absolut underrated. Ja, aber komm, da mache ich mal weiter. Ich finde, du übertreibst einmal 7,5. Du musst ja mal die Show vor Augen führen. So, erst mal Kick-Off-Show. Da der US-Title am Anfang kam, haben wir jetzt da draußen den untersten Undercard-Titel gemacht. Die Matches waren alle nicht gerade gut. Dann fing die Show ja eigentlich echt gut an mit dem IC-Match, wobei man einem Jobber den Titel gegeben hat. Vielleicht wird es jetzt auch ein Undercard-Titel. Finde ich fraglich. AJ Styles gegen Jericho war gut. Und nach den beiden Matches, nach dieser Anfangszeit, finde ich, ging es halt krass bergab, weil du mit New Day und League of Nations Kacke hattest. Ambrose und Lesnar total unglaublich krass unter den Erwartungen blieben. Die Diven haben dann wieder Hoffnung gebracht. Shane und Taker sind halt sehr gespaltene Meinungen, aber ich denke mal, die meisten Leute sind sich schon einig, dass es zu viel Zeit gekostet hat. Under-the-Giant-Match war Naya, das Segment mit The Rock und das Match war auch nur Zeitverschwendung und unnötig und hat wieder ein Talent geburriert. Und das Main-Event-Match war halt einfach der Witz in Tüten. Und deswegen, ich weiß nicht, das liegt immer auch an der Stimmung und die Stimmung ist halt jetzt gerade im Keller nach der Mania, nachdem man so viele Stunden damit verbracht hat, sich sowas reinzuziehen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da mehr als 5,5 geben kann für die Mania. Ich sage nicht die schlechteste in den letzten Jahren, sowas will ich nicht behaupten, aber ich fand die jetzt schon relativ kacke im Nachhinein. Und NXT Takeover war besser an der Stelle. Auf jeden Fall. Jetzt können wir es beruhigt sein. Auf jeden Fall. Also da stimme ich dir zu. Ich wäre auch beinahe 6, jetzt von der Bewertung her, weil es einfach zu viel Potenzial war da. Wir hatten zu viel Hoffnung und nichts wurde erfüllt. Also ich finde im Prinzip gar nichts, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Warum ich die 6 halt gebe, ist halt wirklich von der Matchqualität her, darauf zurückzuführen. Wie Alex auch schon sagt, wirklich so die ersten beiden Matches, da war noch richtig, der Hype nahm spürbar ab in dieser ganzen Show. Und das fand ich einfach richtig krass. Also das ist wirklich, selbst dann nach Ambrose Lesnar, halt diese Enttäuschung, okay, das kann immer passieren. Und dann kam eben das Women's Match, was natürlich wieder dann ein Highlight war. Aber es hat eben, sag ich mal böse gesagt, auch nur die Erwartungen erfüllt, sagen wir es so. Und es fällt halt jetzt so krass auf, weil alle anderen Matches, das ist für mich zumindest nicht Taten. Also von den großen Vieren zumindest. Und deswegen wäre ich da jetzt wirklich bei einer 6, weil, wie gesagt, Matchqualitativ. Auf jeden Fall hatten wir da ein paar schöne Matches dabei. Und ja, es hängt nun mal wirklich viel ab, gerade halt was das Fazit immer angeht, vom Main Event auf jeden Fall. Und der war nun mal scheiße, da sind wir uns alle einig. Und unkreativ. Und das ist es halt einfach. Also ich finde, das ärgert mich am meisten. Es kann mal schlecht gewirkt sein, es kann mal irgendwas schief gehen und so weiter. Und so fort. Aber wenn man wirklich so viel Potenzial verschwendet und kein einziges Match oder Finish irgendwie nutzt, um daraus was Sinnvolles weiterführendes zu machen, zumindest auf den ersten Blick jetzt. Also wir sind ja jetzt frisch nach dieser Mania und wer weiß, was halt noch kommt. Aber das ist halt mein momentanes Gefühl, dass ich da so viel Verschwendung sehe und mich darüber einfach ärgere und deswegen halt sechs Punkte gebe. Ja, bei mir ist es, wie gesagt, noch weniger, weil du wurdest einfach von sehr, sehr vielen Matches nicht nur enttäuscht, auch, wie ich habe es ja in der Preview schon gesagt, dass diverse Matches und auch der Pay-Per-View mit den Booking-Entscheidungen einfach einfach stehen oder fällt eben. Und in dem Fall ist er sehr, sehr stark gefallen, weil der Main-Event war ein absolutes, grauenhaftes Desaster, dass du schlechter hättest nicht booken können. Erstens viel zu lang. Die Fans haben noch fünf Minuten das Interesse an dem Match verloren. Die waren auch nicht mehr für Triple H. Die waren einfach weg. Dann das The Rock-Segment, was viel zu lange war, dass Bray Wyatt begraben hat. Das brauche ich, glaube ich, kein Wort mehr verlieren. Da habe ich mich vorher schon zu viel aufgeregt. Die Battle Royale war die schlechterste von den drei Battle Royale, die man bis jetzt gesehen hat. Lediglich der Sieger war halt gut gewählt. Das war auch einer der seltensten Fällen, wo halt das Booking gut war, nämlich Baron Corbin hier zum Sieger zu wählen. Dann hattest du Undertaker gegen Shane, was bis zu Minute 20 unspektakulär war, dass es mich einfach wirklich nicht interessiert hat. Das tut mir leid. Lediglich der Spot war halt der Moment, der am meisten, glaube ich, hier mit dem gesamten Diebenmatch im Gedächtnis geblieben ist, dann von der Mania. Das Diebenmatch war halt wirklich Match of the Night und das Highlight von der ganzen Mania. Das will schon was heißen. Das spricht aber auch für die drei Beteiligten, muss man auch dazu sagen. Dann hattest du ein enttäuschendes No Holds Barth Street Fight Match, nur ohne Street Fight, was PG hätte gar nicht ausgeführt werden können, auch viel zu kurz. Ein Ambrose, der schwach dargestellt wurde. League of Nations gegen die New Day, wo das Match wirklich nicht gut war. Die New Day auch nicht wirklich sonderlich toll dargestellt wurde. Und bei Chris Jericho und AJ Styles, das Match war zwar gut, aber auch hier fand ich den Sieger eigentlich irgendwie unglücklich gewählt und lediglich eben der Opener, der war halt noch richtig stark und hier konnte ich auch mit Überraschung leben. Aber ich habe hier einfach für mich persönlich zu viele Negativpunkte, als dass ich hier wirklich sagen kann, okay, die Match-Qualität war wenigstens gut, weil auch das stimmte bei der Hälfte für mich nicht. Und deswegen kann ich nicht mehr wie fünf Punkte geben und reiht sich somit wirklich für mich bei den schlechtesten WrestleManias der letzten 15 Jahre ein, weil die Manias, die so schlecht waren wie diese, waren Wrestlemania 18, 27 und 29. Und für mich, alle anderen der letzten 15 Jahre waren besser, wenn nicht sogar wesentlich besser oder sensationell gut. Entschuldigung, wenn ich jetzt etwas zu hart ins Gericht gehe, aber das ist meine Meinung und davon steige ich sicherlich nicht runter, weil ich habe den gesamten Pay-Per-View nicht wirklich genossen, zumindest zum Schluss nicht mehr. Also ich versuche mich halt nicht so krass vom Main Event beeinflussen zu lassen, weil ich vorher eigentlich die Show teilweise echt genossen habe. Natürlich ist Wrestlemania 32 das perfekte Beispiel, an dem man eben sieht, dass Booking eine Show zerstören kann und das Zeitmanagement eine Show zerstören kann. Ich finde, man hat so viele triviale Fehler auch gemacht, zum Beispiel, dass man einfach das Zeitmanagement nicht unter Kontrolle hatte, man verlässt sich aufs Network und sagt, ja wir haben ja Zeit, wir können ja überziehen und dann ziehen wir das halt alles ein bisschen. Und man hat Lesnar gegen Ambrose zum Beispiel zu einem sehr, sehr enttäuschenden Faktor werden lassen und ich korrigiere das auch mal, ich gebe 7 von 10, nicht 7,5 von 10, so nah an sehr gut war es dann auch nicht dran, aber es war insgesamt ein guter Pay-Per-View und eine durchschnittliche Wrestlemania für mich, weil es halt einfach, also von der Matchqualität schon mal auf jeden Fall ein starker Pay-Per-View für mich war. Das IC Leather Match, 4 Sterne, Styles gegen Jericho an den 4 Sternen dran, Tag Team, Match und Ambrose Lesnar waren jetzt von der Matchqualität nicht scheiße, aber eben die Enttäuschung schlechthin. Divas waren dann wieder das absolute ab, das zweitbeste Match der Show und einfach ein sehr, sehr geiles Match, was ich sehr genossen habe. Auch Shane gegen Taker war für mich absolut emotional und Andre the Giant Memorial Battle Royal hatte zumindest den richtigen Sieger. Reigns gegen Triple H war grauenregend und von daher war das für mich persönlich eine enttäuschende Wrestlemania, aber auch keine Wrestlemania, die unglaublich scheiße war. Also das finde ich jetzt, da muss man auch ein bisschen differenzieren und vielleicht die negativen Gefühle aus dem Main Event, die man ja mitnimmt, vielleicht ein bisschen erstmal zurückfahren und ich verstehe das besser als die Lagen. Ja, aber Entschuldigung, Jonathan, warum soll ich zurückfahren? Das ist ja genau dasselbe, nur das Gegenteil. Du warst zum Beispiel im Take-A-Shame-Match drinnen, deswegen wertet das für dich den Pay-Per-View auf. Ich war in dem Match nicht so drin, ich fand den Main Event extrem schwach und extrem abwertend, deswegen wird bei mir ja die Wertung einfach zurückgenommen. Das ist lediglich einfach nur das selbe Prinzip, nur halt der gegenteilige Ansatz der Wertung und ich beziehe die schlechte Wertung nicht nur auf den Main Event. Ich habe ja genug Punkte genannt, die mir ebenfalls einfach wirklich nicht gefallen haben und meine Fünferwertung bezieht sich bei weitem nicht nur auf den Main Event. Da gab es auch, wie gesagt, noch genug anderes Zeug, was auch nicht runtergezogen hat. Wäre nur der Main Event scheiße gewesen, hätte ich vielleicht auch sieben Punkte vielleicht sogar gegeben. Also Main Event, klar steht und fällt der Pay-Per-View mit dem, aber dass ich das jetzt nur auf das beziehe, das ist Blödsinn. Ja, das sage ich auch nicht, aber die Stimmung ist auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt. Ich meine, es versteht keiner besser als ich, denke ich, als riesen Roman Reigns Kritiker, der ich ja bin. Und wenn das so weitergeht mit Reigns, dann weiß ich echt nicht, also dann weiß ich echt nicht, was ich da noch machen soll. Ich verspüre da Wut und Aggression und es ist einfach so unkreativ, was man da im Main Event gemacht hat. Aber gut, ich würde sagen, wir beschließen es. Ihr habt unsere Standpunkte zu WrestleMania. Es ist auf jeden Fall eine kontroverse WrestleMania-Takeover. Das war eindeutig eine bessere Show für mich persönlich, für uns alle, denke ich. Und WrestleMania 32 ist eindeutig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und das ist schade, das zu sagen, aber im Endeffekt war es nun mal so. Vom Potenzial her war halt echt für diese WrestleMania einiges da. Die Matchqualität hat mir gefallen, aber das Booking hat die Show zerstört. Das war es von uns zu WrestleMania 32. Wir blicken zurück auf eine skurrile Show. Ich denke, so kann man es am besten beschreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu Raw heute Nacht, beziehungsweise sehen wir uns da nicht, sondern wir sehen uns morgen dann zur Review, die wir ja auch relativ zeitig dann versuchen aufzunehmen. Ich bedanke mich, dass ihr hier am frühen Morgen bei der Live-Review dabei wart. Naja, wir sehen uns. Haut rein, Leute! Schreibt eure Feedback rein. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.